Rennen ist bis dato sehr sehr gut. Wir sind auf drei gestartet, auf zehn runtergefallen, auf vier wieder vorgefahren. Haben die... Wir haben die größte Scheißarbeit haben wir jetzt schon weg. Also wir haben nur 18 Reifensätze und müssen Reifen doppelt stinten. Und nachdem also nach dieser Stunde hier sind wir fein raus. Also dann gibt es nur noch frische Reifen für die restlichen Fahrer. Es sind frische Bremsen drauf und wir können volle Lotte durchziehen. Also im Grunde genommen ist bis dato alles ziemlich gut und Podium ist auch noch in greifbarer Nähe. Also 1 und 2, also 1 ist schon noch ein bisschen weiter weg, aber 2 und 3 ist noch ziemlich greifbar. Also unser schnellster Fahrer fährt morgen, also nee, nachher, nach dem Aufstehen und der fährt richtig schnell. Und der, so wie es aussieht, fährt er aktuell fünf Stints. Das heißt, er kann fünf Stunden ballern. Also mit komplett frischem Auto. Und da arbeiten wir gerade darauf hin, dass die Jungs morgen, also wenn wir beide fertig sind, Remo und ich, dass die morgen richtig angasen können. Schöne Grüße an Ray, der gerade schläft. Ray hat, äh... Ray hat auf jeden Fall auch richtig stark mit reingehustelt heute. Er hat nämlich zwei Doppelstints von den Reifen schon mit runtergearbeitet, also richtig starke Leistung heute als Team. Damit halt die ganzen schnellen Ponys morgen, äh, richtig ballern können. Das wird gut. Das wird richtiges Feuerwerk morgen, sag ich euch. Also nachher. Finden die beide das vor mir eigentlich gerade lustig, was sie hier für eine Scheiße treiben? Was, I don't know. Ziemlich traurig, sowas. Lass dich jetzt mal nicht stänkern davon. Nee, das ist ja nur faktisch schwierig. Das ist, äh, richtig, aber... Alles kostet Zeit und diese Zeit, äh, hab ich nicht. Äh, es kann potenziell regnen, äh, Django, aber... Ähm... Es wird nachher später heiß. Und im heißen Reifen-Doppelstinten ist ein richtiger Pain in the Ass. Und damit wir wirklich, also wir pokern halt wirklich auf das maximale Outcome, dass wir morgen, wenn es richtig heiß wird, tagsüber, also so 35, 36, 37 Grad, dass wir die Reifen nicht doppelstinten müssen. Deswegen nehmen jetzt, wie, sag ich mal, konstanten Fahrer die Reifen doppelt, dass wenn, wenn gegebenenfalls es morgen wirklich heiß wird, dass die Leute nicht mit dem Puschen doppelt fahren müssen. Und, äh, ich sag mal so, wir schustern das jetzt auch so hin, dass die schnellsten halt frische Reifen haben. Komplett frisch. Also jetzt, die Fahrer morgen. Vincent ist jetzt nicht der schnellste Fahrer, aber auch, dass der frische Reifen hat und dann Gas geben kann. Und wirklich viel Zeit haben wir noch nicht verloren. Also wir hängen jetzt natürlich ein bisschen hinterher, logischerweise, weil wir ein bisschen, ein bisschen langsamer fahren mit den, mit der alten Pelle, aber so viel Zeit haben wir nicht, äh, verloren, dass das, äh, dass das Schwierigkeiten bringt. Und auf Regen pokern wäre das Falsche gewesen, ehrlich gesagt. Weil dann bist du richtig am Arsch, wenn morgen, also heute Nachmittag, ne, gestern Nachmittag waren 37 Grad und bei 37 Grad willst du den Reifen einfach nicht zwei Stunden fahren. Da willst du einfach keine zwei Stunden mit dem fahren, weil das Ding ist einfach total durch nach einer Stunde. Und darauf zu pokern wäre, äh, das wäre nicht gut. Das hat so einige Vorteile, Flex, ja. Also du kannst mit dem Controller auch sehr schnell fahren, äh, aber für Konstanz und, äh, Übersicht ist es eigentlich mit Lenkrad und vernünftig Bildschirm besser. Also es, es gibt wohl immer noch die Möglichkeit auf Regenballt, aber ich, wie gesagt, poker jetzt auch einfach mal auf Nichtregen. Das, das, das Head-Up wurde, äh, noch angepasst, so dass man im Regen fahren kann. Ein bisschen. Ich habe keinen Tracklammer, da kannst du den Typ mal, hätte ich mal sagen, die soll mir aus dem, aus dem Weg gehen, weil ich habe hier immer nur dort hier, ja, nicht so geil zu fahren. Blinky, blinky. Ja, war ja schon die ganze Zeit, juckt den vorne von mir gar nicht auf P26. Das ist ein bisschen beschämend, sowas. Aber na ja. Der Lackierung passt dazu. Spann dich, Remo. Komm runter, alles gut. Nee, es ist einfach gerade ein bisschen nervig, weil... I know. I know. Hast du sehr gut gesehen, dass sowas die, was dadurch entschänden ist? Ja. Muss auch nicht sein. Vorsicht. Vorsicht. Sehr eng. Komm drüber. Gut. Mach weit. Ganz ehrlich, was haben die geraucht? Kannst du mir doch nicht erzählen? Ist das traurig. Tut mir echt leid, aber... Alles gut. Wenn ein Report kommt, kommt ein Report. Fahr einfach weiter. Ich war ja... Was wollen die mich reporten? Also, come on. Ich hab nichts falsch gemacht. I know. Fahr einfach... Fahr einfach weiter jetzt, Mann. Fahr jetzt einfach ein Trebuch. Das ist einfach nur Sadness. Overlord. Aber Karma fickt zurück. Ganz ehrlich. Kommt. Weiterfahren. Nee. Traurig, sowas. Das um vier Uhr morgens. Bach. Steuerung C. Wichtig. Steuerung C. Da ist ja noch wer wach. D. Schaden haben wir auf jeden Fall, aber nicht viel. Ein paar Sekunden. Gojo, Dankeschön für acht Monate, Mager. Das ist ja noch wer. 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 Das war schon weh. Das ist ja noch wer. 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 Genau. Das ist ja noch wer. so ich glaube die freundschaft ist hinten auch die reifen jetzt mal zumindest sieht so aus hier hinter uns glaube ich auch ist jetzt auch ihre reifen doppelt sehr gut das freut mich ich habe deine sins heute leider verpasst hast du dich mit dem setup einigermaßen am freundin meins ist immer noch nicht aber es ist okay also ich kann damit fahren ich bin vorhin auch 155 gefahren also ist okay zwar jetzt nur am freitag ein bisschen unangenehm weil ich halt die ganze woche mit dem anderen setup trainiert habe und dann war sie am freitag früh also ein tag vorm rennen komplett neues auto hingesetzt gekriegt habe da war natürlich ein bisschen frust dabei logischerweise und ja ein bisschen unangenehm aber ist okay also wie es aussieht ist p3 und p4 p5 auch am reifen doppelt stinten p2 scheinbar auch und p6 auch von all den bist du genau in der mitte also p3 fährt 57 aktuell und p5 im porsche fährt 56 hoch bis mitte und du fährst auch mit im so ja ich merke ein bisschen der reifen sehr stark gelitten und den kompetenten personen neben mir wie warst du noch im tacho 47 minuten ich brauche halt zwei drei runden bis sich der reifen beruhigt hat das regeln nämlich genau so auf ja ich kann ich muss das noch verarbeiten wenn ich schlafe also so sowas habe ich schon lange nicht mal gesehen ist schon ziemlich peinlich beruhige er so beruhige er sich ja ich habe mich beruhigt ich musste eine freunde nacht noch verarbeiten was ich da gesehen habe der reifen der wird sich auch bald wieder eingelaufen also nach vorne hast du zwei minuten 18 und nach hinten 28 sekunden ok top ja dann habe ich gegen hinten noch mal ein bisschen was aufgebaut weil nach meines sg ja die ich auch richtig mit kompetenz verarbeitet habe hatte ich glaube irgendwie 14 sekunden vorsprung gerade auf fünf ja du fährst das auch schon gut gut danke für die infos na klar die drei doppelst hinter die reifen auf jeden fall also was heißt auf jeden fall kann man jetzt safe ja nicht niemals safe sagen aber die runden zeiten sprechen für sich und p2 auch p1 war jetzt in der box aber da ist noch gar nichts entschieden ich glaube wir waren feste drücke raus gar nicht hier rechne ich einfach hoch okay copy müssten eigentlich immer noch dieselben sein wie vorhin wollen wir die nächste ohne machen die reifen drücke jetzt vorsicht vorsicht mit dem lambo der segelt ab ist aber platz kannst naja glaube mein guter kollege thomas hat nicht ganz realisiert dass ich da auch noch so gut rein kann aber es ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 26,4 27,4 26,2 26,9 Kapit Ne, der Gummi hat ja auch Einfluss Ja Also wenn du zum Beispiel, wenn es regnet und du hast Fair Slicks und würdest da rausfahren und dir das Gummi auf den Reifen schneiden sozusagen, dann kannst du damit ein bisschen besser im Regen fahren. Also das hat schon Auswirkungen auf den Reifen ja, das Zeug. Also entweder ist Herr Groß... Er ist in dem Dreierteam nicht der schnellste Fahrer und das meine ich mit allem Respekt. Ne, er doppelt stintet die Reifen, weil Herr Groß ist nämlich vorher den ersten Stint auch gefahren und den auch und fährt eine Sekunde langsamer. Das heißt, der doppelt stintet hundertprozentig die Reifen. Hinter uns der Porsche ist auch Herr Reul und Herr Reul doppelt stintet die Reifen auch gerade. Das heißt also, wenn Remo weiter so in diesem Tempo fährt, dann kommen wir ziemlich gut an P3 ran. Also die doppelt stinten vor dir hundertprozentig die Reifen, der fährt so im Schnitt 57er Zeiten. Du fährst 56 Mitte, das heißt du knappst da gerade ein bisschen, aber ist an Zeit weg. Und jetzt? Harry Schlaf schön. Und heute C. 24 stunden rennen sind so aufregend endurance rennen sind einfach so viel mehr als nur ein preis fallen hat der Pinser noch mitgekriegt, schön, gut naja ganz bei 24 stunden zwischendurch gut schlafen und denkst dann auch beim aufer also es gibt im in sim racing gibt es klar namen pflicht klar namen pflicht aber das sind alles so wie wir sein also ich sag mal wer als content creator mit ein paar zuschauern seinen klaren haben benutzt ist schwierig also ganz schwierig weißt du es nicht sigi doch 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 ich weiß sigi ein bisschen so 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 und ich dachte mir du bist die der fetzen die schlotzen ja genau remo kann ich kurz alleine lassen 23 minuten copy paste ja es geht so ich fühle es gar nicht ab den reifen aber ein bisschen überfordert was ist mit dir ich baue hier die besten mit dir und du pfeife christlich auf drei jungen und du musst dich three jungen die spieler und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 vor allem kommt es bei 24 stunden auch genau auf diesen moment an kumpster du willst gar nicht wissen auf was für momente es ankommt in diesen 24 stunden drin das unterschätzt du ein bisschen ehrlich jetzt das ist psychologische kriegsführung du weißt gar nicht was so ein kleines event auslösen kann in einem team nicht nur p3 da vorne ist noch alles möglich das meine ich wirklich ernst nach vorne ist alles möglich ach so das meinst du die sie ja bitte also wenn du willst kann ich den bremsenwechsel noch auslassen bremsen melden ist ja gar keine beschwerden das ganze theoretisch sonst auf deines denn irgendwo dann einbauen wenn du lust hast läuft der passport läuft gut ja wie gesagt greifen habe ich mir halt selber ein bisschen kaputt gemacht durch den umliegenden verkehr auf h1 eine starke verkehrs überlastung aber ich mache ja wollen wir das pokern ja so wenn da die bremsen aktuell noch gar nichts anzeigen halten selbst wenn sie in deinem stint ihre ersten kennzeichen signalisieren dass sie langsam in flöten gehen halten die locker nach einer stunde und kriegen gerade aufgrund der mistralgraden so viel kühlung also ich würde sagen also eine stunde kann man sie auf jeden fall noch ziehen ja dann lass uns das pokern ja also dann mache ich nachher bei dir wirklich nur sprit fahrerwechsel reifen ja und die drei sekunden der mensch vom bauley ja dann pokern wieder da musst du daran also ich werde dich dann auch noch versuchen daran zu erinnern ist denn der zwischen einstens oder nach dem letztens sind die bremsen changed ja machen wir so weiter die kriegen richtig frisches auto nachher chen die kriegen richtig frisches auto das wird gut niklas freut sich der geht nachher richtig steil wenn der nachher online kommt niklas du hast komplett alles neu und witzel witzel du hast alles neu du kannst dich einfach austoben das richtig richtig gute team am main chat das richtig gute team am main heute niklas auf jeden fall also niklas ist der grüße an maxi moritz und die jungs rund um diesen bmw vor mir die pushen wo sich auch noch die top 10 also niklas ist auf jeden fall der schnellste und vincent ist auch nicht so langsam und niklas hat fünf stints noch das heißt er kann fünf stunden das auto volle rotze durch tonnen das ist ja das was was ich vorhin erklärt hatte wir pokern also wir pokern darauf dass kein regen ist also wie wir pokern jetzt grundsätzlich erstmal darauf weil wir jetzt nachts also seitdem es kälter geworden ist angefangen haben unsere reifen doppelt zu sind als ray hat zweimal remor zweimal und ich habe zweimal weil du nachts halt jetzt bei 21 grad es wäre mal geworden ein grad weil du nachts halt nicht so viel also so hart den reifen belastet und es kann regnen ja kann ich nochmal zurück also wir haben 18 reifensätze trockenreifensätze das heißt du musst halt reifen mehr als eine stunde fahren du musst halt reifen mehr als sechs mal musst du die reifen doppelt stinten das heißt du hast sechs stunden ja du hast sechs stunden hast du relativ beschissene reifen und fährst ein bisschen langsamer so du kannst jetzt darauf pokern dass es regnet und machst du später wir machen das genau wir machen das jetzt fünf mal du kannst darauf pokern dass es regnet so dass du regensätze mit rein bringen muss weil dann sind die 18 egal oder du machst es jetzt wie wir dass wenn die reifen in der nacht nicht so hart beansprucht werden dass du nicht ganz so viel zeit verlierst und dann hinten raus volle orgel reingehen kannst und einige vor uns haben das noch nicht so exzessiv getan das heißt in der theorie also die vor uns und der hinter uns sie machen das jetzt gerade und p2 macht das auch und ich glaube p1 macht das aktuell jetzt auch das heißt also wir haben auf jeden fall aktuell status quo nach dem wissen was wir haben sind wir nach diesem stin also so circa eine halbe stunde mit allem clear das heißt also wir können den rest des tages im heißen also wenn es wärmer wird können wir volle orgel angreifen und das ist jetzt halt alles so zugeschustert dass niklas also der schnellste fahrer bei uns richtig attacke machen kann und vincent dann auch also vincent vincent und vincent und niklas dann voll angreifen können morgen früh wenn die frisch ausgeschlafen sind und ins auto gehen und ich glaube wir haben gut gepokert wir haben sehr gut gepokert oh ja die letzten beiden nächte mit mit remo waren sehr erfolgreich das stimmt ja in suzuka auch wobei suzuka suzuka war schon verrückt das ist ja 488 ja genau niklas ist noch ein zwölf stunden rennen gefahren bis vorhin er ist jetzt wie gesagt im bett und er kommt dann nachher dazu boah das wird richtig wild morgen chat das wird richtig wild also nachher ich würde mir sehr wünschen dass die das alles passt das alles passt das alles passt ich würde mich auf nachher das ist das ist schon behov die 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 wünschen hat uns den plan gemacht und wünschen wollte startfahren also fährt wenn sie starten ich glaube das ging zeitlich auch gar nicht anders irgendwie haben sich gestern so abgekastet du fährst aktuell zwei sekunden schneller als p3 der hat richtig jetzt nicht aus frage gerade ich habe noch eine viertelstunde die sind ja eine viertelstunde ich überlege ich habe gerade will ja mal wieder oder will auch wieder vorgelassen frische reifen das macht keinen sinn dass ich hinter mir lassen also wegziehen was kann er jetzt mit dem material auch bei große gäste wenigstens kann ich gerade gegen ende noch so ein bisschen wieder in den flot zurück das schade konnte ich jetzt nicht früher machen aber lieber spiel das nie es ist 4 uhr 53 ich glaube wir nehmen nochmal 0,1 überall raus das wird glaube ich noch ein grad ich glaube 0,1 überall können wir noch mal rausnehmen ich glaube ich habe ihn hier ich glaube ich wollte aber ich glaube ich denke ich finde sie ich finde sie es wird das ist und ich glaube ich ich glaube ich Äh, ich glaube, random for me. Also, du kannst das, glaube ich, an das Reale anlehnen, glaube ich, irgendwie. Hätte gesagt, stecke ich in dieser Wetter-Thematik nicht so wirklich drin. Oh, das Geile ist, es wird jetzt heller, das heißt, wir können die schnelle Kurve schnell fahren. Oh, ist das unsere Bretterbude? Ja, nur bei bestimmten Events, kollektiv 10. Oh, ist das unsere Bretterbude? Warum wurde denn gerade für den Bentley die Zeitstrafe gelöscht, die er zurecht bekommen hat? Keine Ahnung. Kannst du nochmal überall 0,1 rausnehmen, Reifendruck? Kann ich gleich machen, ja. Nee, das ist immer noch eine super Pace für die Uhrzeit. Das ist immer noch schnell. Das ist immer noch verflucht schnell. Was gemacht? Nice. Nice. Der Ferrari ist so ein schönes Auto im GT3. Oh, ich wünsche mir, wir würden den öfter fahren. So eine geile Schüssel. Ja, du musst ja ein bisschen dich arrangieren damit, Dirke. Aber die Rundenzeiten sind immer noch gut. 56, 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Offermann kommt von hinten angeflogen. Mit der frische Puschen drauf. Ja. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Okay, Chad, Feuerwehr geht los. Äh, im Auto, im Zweier, also Offermann macht grad... Der hat halt einfach mal eine 1,54, 8 in Asphalt gebrannt grade. Upsi! Ne, die resetten sich nicht. Alter, 1,54, 8. Jetzt geht's los. إ, ihr habt Nacht Ausatmen. 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 Nö, nicht unbedingt, Dürke. Ist ja auch wetterabhängig. Abends kannst du halt nicht, äh... Also abends hast du halt ein bisschen weniger... weniger Sicht. Kannst manche Kurven nicht ganz so doll fahren, weil Bremspunkte ein bisschen belegt sind von der Duckelheit. Wie viel Restfahrzeit hast du noch? Acht Minuten. Also drei Runden. Ja. Gut. Wir sind mit 34 Euro gestartet, Kollektiv. Vielleicht hat einer ein Disconnect gehabt und ist wieder zurückgekommen? Ich glaube schon, da bist du nicht der Einzige. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, Ludo. Ich glaube schon, da bist du nicht. Ich bin ja nur, ich bin ja auch sicher zurückgekommen. Da bin ich sicher wird... ...怎麼了. Ich bin ja wirklich cool. Ich bin ja immer, ich bin ja einfach mal. Ich bin ja auch sicher. Ich bin ja auch sicher. So, Chat, ich mach mal alles, äh, ready hier, dass, äh, dass ich im Auto sitze mit Remo und dann, äh, hören wir uns später, quasi. So, bin bei dir jetzt, ja, ja, nochmal an dich und alle da draußen, es tut mir leid, also Stint 4 war wirklich alles andere als eine Glanzleistung von mir, ich hab dem Team damit nicht so gut getan, äh, ja, Stop and Go 30, äh, absolut in die Scheiße ziehen lassen, wenn ich in die Runde bin, vorsicht, 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 ja, ja, ich bleibe außen. Und, naja, meine Consistence war jetzt auch nicht so die beste, also, lief halt vor, es ist den zwei so viel hübscher und runder. Wir haben immer noch Zeit gut gemacht, auf P3, nach hinten Platz gemacht, alles gut. Aber ich bin halt, was das angeht, sehr selbstkritisch, weil, wir sind halt auf einem, ja, wie soll ich sagen, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, das tut mir auch wirklich leid, in aller. Ja, richtig. Ja, das ist halt mehr drin. Es sind drei Wagen, echt cool und dann passiert mir halt das mit, äh, mit dem P3, was ist mir halt noch nie passiert. Das ist nicht schlimm. Das hat halt, das war schon Pain in the House. Ja, gut, immerhin sind wir dann mehr oder weniger als das Programm durch, was Reifen angeht. Ja, und Bremse auch fast. Ja, Bremse kannst du dann, du in deines Dienstes entscheiden, wann du die machen möchtest. Außer du sagst, ich soll sie jetzt schon machen, dann. Nee. Ich muss ja auch schon jetzt machen, also, aber aktuell ist die Bremse immer noch fit. Naja, lass uns die so lange fahren, wie es geht. Deshalb haben die Jungs heute im Nachmittag keine Probleme, wenn es heiß wird. Mhm. Ja, Cuttings habe ich nur eins geholt und das war irgendwie direkt am Anfang vom dritten Stand, das wissen wir, das war zwei. Ja. Aber es wird mich gerade echt wundern, warum die, äh, Strafe da, also, kann man da irgendwas anfechten? Das würdest du zumindest erklären, warum sie vielleicht dann provisorisch zurückgezogen wurde? Weiß ich nicht genau. Okay. Äh, wir stinten die Reifen nur fünfmal doppelt. Das haben wir schon rausgefahren. Also, wir machen es nur einmal weniger. Yes, wir haben ja auch bereits den Stint rausgefahren. Nein, vier reichen nicht. Nein, nein. So, last lap. So, jetzt geht's. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Schubi, liebe. Die Cmo, die Cma. Rap, der Dankeschön für 64 Monate. Also, du kriegst Reifen, Satz 8, hast da knapp 108 Liter. Vorne links, 26,3, 27,3, 26,1, 26,8 sind deine Drücke. Ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben halt 3,019 Sekunden Damage durch den Rampel vom Bentley. Box, 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 box. Denk an den Limiter. Nimm ihn nicht raus. Ja, ich bin vorhin dummerweise bei den Pfaltasten auf Steuerung gekommen und anscheinend ist Steuerung bei mir Pit Limiter auf der Tastatur. Alles gut. Das muss ich noch ändern. Kannst du die Bremsbalance noch umstellen bitte auf 55? Glatt? Ja. Ist eingestellt. Zündung anmachen bitte. Ist an? Soll ich den versuchen anzumachen oder machst du selber? Ne, mach ich selber. Okay. Soll ich den versuchen anzumachen oder machst du selber? 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go. Come on, baby girl. Let's go, send it. Wie gesagt, tut mir leid. Wollte ich nicht. Oh, lieber Chad. Da bin ich wieder. Ja. Ja, das ist enttäuscht. Neue Leistung. Also Stint 3 war cool. War easy. Phase und die Konsistenz hat gepasst. Auch wenn ich durch den Verkehr gekommen bin. Aber Stint 4 war irgendwie als ich da dummerweise auf die Kontrolltaste gekommen bin und damit die Stop and Go versagt habe. Irgendwie war da der Wurm drin. Das mit dem Bentley, ich verstehe nicht was. Ich bin sogar ein bisschen weiter gefahren, um ihm noch mehr Platz zu lassen. Und ja, mehr als Platz lassen kann ich ihm auch nicht. Und wenn er dann voll in mich rein rotzt, damit noch einen anderen unschuldigen Drittbeteiligten mitzieht. Das ist halt so. Also ich bin jetzt von Stint 4 überhaupt nicht überzeugt von mir. Ja, viel zu viele Fälle gehabt. Überhaupt keine Konstanz. Viel zu viele 57er-Zeiten gefahren. Hm. Ja. Find ich ein bisschen schade. Mal gucken. Vielleicht machen sie die anderen jetzt auf jeden Fall besser. Ja, doch, Django Banana. Ich bin ziemlich enttäuscht von meinem fetten Stint. Weil gerade Stint 1, 2 und 3 waren cool. Haben echt Bock gemacht. Ich habe mich wohl gefühlt. War easy, fehlerlos. Bis auf mal ein Cutting. Aber das ist ja... Das ist ja nichts wildes. Aber die Stop and Go 30 und teilweise da bin wir berunden, was da abging. Ne. Muss nicht sein. Ja, es pusht mich schon auf eine harte Weise, weil... Ich... Ich will damit bei mir einfach erzeugen, dass ich es noch besser in Zukunft mache. Noch fehlerloser. Gerade weil... Du hast halt in einem Team, wenn du nicht alleine auf einem Auto bist, eine große Verantwortung für dein Team zusätzlich. Also... Wenn du Scheiße baust... Jetzt sagen wir mal... Als Beispiel du fliegst... Ah... Oder... Stop... Stop and Go 30. So. Du baust Scheiße. Stop and Go 30. Und du bist in einem Sprint Cup. Allein auf dem Auto. Dann hast du dich selber damit gefickt. So. Ja. Aber... Wenn du Stop and Go 30 holst in einem Endo-Rennen, wo du vier Teamkollegen hast... Dann fixst du dich nicht selber das ganze Team. Und... Das ist ein scheiß Gefühl. Deswegen will ich so gut es geht... Einfach so... Ja, so gut es geht perfekt fahren. Damit das Team nicht darunter leidet. Klar, jeder macht Fehler. Aber es muss nicht sein. Hahahaha! Ah ja! Das ging schnell. Ja, das war wirklich schnell. Also ich bin mir felsenfest überzeugen gewesen. Ich habe dir das Auto mit zwei... Cuttings übergeben. Das ist absolut richtig, ja. Aber ich habe nochmal zwei drauf gelegt. Ah! Boah! Dann wollte ich mein Gebot. Hahaha! Ich wollte das eigentlich nur tun, damit du dich nicht so schlecht fühlst. Ich fühle mich schlecht wegen mir selber. Das ist... Alles gut. Ja. Na gut, dafür haben wir jetzt nachher wieder nur einen Cuttings-Outchain. Richtig. Wir müssen das Auto ganz clean übergeben, Meier. Hahaha! Alles was in der Nacht mal nicht so toll passiert, das ist nie passiert. Das ist absolut richtig. Das wissen die anderen nicht. Die waren eher schlafen. Ah, ich lasse mich hinter den Ruh. Oh! Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es rausgeholt habe. Ähm... Wie gesagt, mit der Pace im dritten Stint war ich absolut zufrieden. Der hat mir geschmeckt. Im vierten Stint überhaupt nicht. Ich gab zu große Sprünge zwischen den jeweiligen Zeiten. Das ist ja eigentlich auch das, was ich sehr gut kann und wichtig ist, wenn du im Endo fährst, dass Runde für Runde fast die gleiche Zeit da steht. Und dann auch noch möglichst schnell. Ähm... Und... Ja, gerade als Beispiel. Es sind 1, 2. Dann genauso. So, es sind 3, war halt gut angefangen. Ähm... Aber das Ende war halt ein bisschen besser. Mit der Stop and Go. Deswegen, äh... Ja. Servus Niklas! Ähm... Ja. Ich hab's... Ich hab's auch... Ähm... Bissle verschissen. Ich hab uns eine Stopping mit 30 reingeholt, weil... Ich war in der Box. Wollte noch kurz an den Pfeilen etwas runterstellen. Ich hab dünnerweise die Steuerungstaste gedrückt. Und... Dies ist wohl anscheinend nach Neuerkenntnis meine... Pit Limiter-Taste. Mal kurz über 70 kmh. Und... Daraus resultierte eine Stopping mit 30. Ja. Über die ganzen Überrundungsszenarien... In... In Steam 4 wollen wir gar nicht drüber reden. Also da waren Sachen dabei... Ne. Ne. Was uns da der ein oder andere Fahrer geboten hat... Mh-mh. Mh-mh. So. Ich muss mal nebenbei gucken. Hier ist wieder einiges reingekommen. Ach du lieber Gott. Auf jeden Fall schon mal ein fettes Merci an Sofa-Bong und Manatee-Runner. Für eure Prime Subs. Dickes, dickes Merci. Komm, wir spielen hier nochmal ab. Fettes fettes Merci. Dann an... Off Maurice. CrazyLib27. V8. The Dome. TDG. Niklas. FightingSwanes. C Künstler Chris. The Snoopy World. CMD Cookie. Kioten. Kioten. George Eisenherr. 1980. Airwides. Die Apio. 199.01. D3 One. Danke für eure Follows. Und seid herzlich willkommen in der Genießfamilie. Und auch Timbo. Danke dir für dein Follow und herzlich willkommen in der Genießfamilie. Ja. In der Box sind noch 50. Aber wenn du dummerweise kurz den Piddle immer da ausschaltest, dann fährst du über 70. Resultierend daraus kriegst du noch 35. Das ist passiert. Und dafür schäm ich mich. Weil du war dumm. Nee. Nee. Nee, nee, klasse. Wir haben jetzt für dich, haben wir auf jeden Fall die Dings rausgeholt. Die Reifen. Ähm. Ray hat in seinen vier Stints nur zwei Reifensätze gebraucht. Ich habe in meinen vier Stints nur zwei Reifensätze gebraucht. Und Dizzy hat einmal bisher auch nur ein für zwei Stunden gebraucht. Das heißt wir sind somit clean. Müssen kein Reifen mehr Doppelstinten und damit kannst du Vollgas geben. Und das wäre auch schön, Niklas. By the way noch Gratulation zum gestrigen dritten Platz in Wolkamp. Habt ihr gut gemacht. Ach, was ist da? Rund um P10, P11, ei, 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 ei. Das war die pure Shitshow. Ja, stimmt. Frische, frische Bremsen wird es dann in den nächsten ein, zwei Stunden geben. Sie halten sich sehr, sehr gut. Und, äh, ja. Dann irgendwann hier am Laufen noch gewechselt. Tja, bitte. Guck mal da, bitte. Guck mal da, bitte. hier ist ein glas vollgas vollgas volle Jo, Thunder 719, danke dir für dein Follower und helf mich. Willkommen in der Genießfamilie, den habe ich vorhin vergessen vorzulesen. Das ist ein Anni. Boah, das trifft auch bei mir die Müdigkeit an. Boah, das ist 46, danke dir für dein Follower und helf mich. Willkommen in der Genießfamilie. 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 Guck mal ein paar Sachen an. Willkommen in der Genießfamilie. Willkommen in der Genießfamilie. hier bin ich dann gefahren war hier noch auf 10 vielleicht schon vorbei also erstmal den bmw war auch chillig was überhaupt ein bmw war ein bmw nja niklas packst du schon jetzt von sieht aus der helik ist nicht ganz so spektakulär ist hier grundlegend einfach reingezogen rinder habe ich jetzt irgendwie spektakuläre vorgestellt aber das war und bin neun auf p8 zu dem zeitpunkt und jetzt das überholmanöver da hat sich der fürstenberg aber sowas von die finger verbrannt also noch mal kurz ich ziehe den windschatten so folgendermaßen er hat hier noch ein halbes auto sogar ein bisschen mehr hat er offen gelassen ich nehme den überschuss mit und ziehe rein weil wenn er nicht rund an die linie geht ich will hier vorne im besseren ich will hier in der besseren linie sein lorfer rein was fangt er an fängt mich auszudrücken ich bin noch nicht auf kampfhöhe aber wir würden uns berühren wenn ich jetzt nicht selber off track fahre und damit ich ihn halt damit nicht abdränge weil ab jetzt bin ich nämlich auf der höhe bin ich dann halt auf track gefahren und er hat dann auch wirklich keine anschalt gemacht hier ich muss mir denn ich muss mir den platz er boxen und das kann halt nicht so ganz sein das ist nicht gerade unbedingt fair so platz ein bisschen rausgeboxt platz geboxt und vorbei ja das zum ersten dann kommen wir zum zweiten die links findet ihr darin das was ich hier gepostet habe da dürften alle trenner sein oh ist es glücktes falschen doch folgendermaßen wir sind hier auf mistral das hier beide ich bin p7 porsche p6 audi p5 das war genießen tüß die tüten in der situation schon hardcore leid gleich zwei mal von zwei leuten gesnackt da war ein schönes ding hat war gut so jetzt zeigen wir noch eine szene der bändler hat inzwischen eine strafe dafür bekommen anscheinend wurde sie wieder weggenommen wahrscheinlich weil sie regressa das eingelegt haben ich gehe aber schon davon aus dass sie gleich die strafe wieder bekommen weil es gibt halt keinen keine frage der schuld es ist halt eindeutig es gibt nichts zu zweifeln ganz klar boccalino von die bodi ich möchte das nur raussuchen nächste runde ja nix also die frau uns alle zum überrunden der klaren war eh schon runden lange in der blue flag endlich die option vorbeizugehen danke dafür ist ein bisschen eng habe ich aber neben dem bentley zumindest mal positionieren wollen hat er nicht so ganz akzeptieren wollen so da aber jetzt das hier also damit tüttet er hat aber noch den mclaren und den mercedes unschuldig gerade als ich mich daneben gesetzt habe gab es für ihn kein zwang mich irgendwie zu betteln weil wie gesagt es gerade auf p9 ich bin auf p4 ich habe mir den weg gesucht das ist aber auch meine verpflichtung als zu überrunden also das überrunden das fahrzeug ja gut einen kleinen toucher kann es immer geben ist nicht schlimm aber dass er dann hier so am gast bleibt und so in diesem winkel hier anfährt und ich gehe mir wirklich mühe außen zu bleiben ich bin hier überhaupt nicht eng gefahren und es ist logisch dass ich jeden winkel nicht kriegt ja mich damit mit damit halt ich hatte glück bin ich abgeflogen aber naja es sah bei anderen müssen nicht so geil aus also mercedes benz ist halt voller voller esse reingedonnert mclaren konnte gerade noch so ausweichen ist aber dann halt weggerutscht aber leider auch noch mit mehr gang geschlagen besser ja wie gesagt ich weiß nicht was die intention von der bändel in dem moment war es hat einfach keinen sinn gemacht aber wir wollen ja nicht mal in einem fight for position spätestens jeder zurückziehen können nun stattfinden lassen ich lasse mir sogar hier platz und es ergibt ein fick drauf rammt mich und tötet damit noch zwei anderer fahrer ja muss ich nicht verstehen und das war jetzt auch nicht die einzige szene also sind vier war ich nicht so gern ja gut ich denke mal seine strafe oder wie gesagt runter genommen wegen regressor angemeldet einfach halt die wollten vielleicht noch mal darüber reden dass es das gibt zum beispiel der vms weiß nicht ob das irgendwie auch so übernommen hat man find sich schlecht aber man ehrlich ist scharf muss trotzdem noch ausgeführt werden von der 7 er hat mich fast getötet mit der mercedes benz und einen unschuldigen mclaren getötet es ist aber nur weil der bantley einfach nicht überlegt hat sondern einfach stumpf und dunkel fahren es tut mir leid dass ich so sagen muss da kann sie gemacht es wird mir sehen machen das ist peinlich ultur gut so gut so dizzy boi woher ihr gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ging ja eigentlich jetzt durchgehend die letzten paar Stunden eigentlich mehr auf. Ich habe zwar ein paar Staubarsteine, aber grundsätzlich, egal ob diese Ray oder ich drinnen war, sind wir schon nach oben gekommen. Ich habe mich halt mal auf die Fresse gelegt, aber es passiert beim Bergsteigen. Da klatzt die einmal auf dem Maul. Ja, die sie, die sie kommt, die sie kommt. Das kann man sich lösen von P5, das ist gut, sehr gut. Ja, das ist aber etwas, das gehört zur Rennintelligenz dazu. Das musst du lernen. Und es lohnt sich in solchen Situationen dann lieber etwas vorsichtiger zu agieren, gerade anstelle eines eher Anfängers. Da mal auch den Kurzrund zu ziehen. Wie gesagt, er hat die Berechtigung, seine Renn zu fahren. Ich will das niemandem hier unterstellen. Jeder, der überrundet wird, hat auch die Berechtigung auf seine Linie, auf sein Rennen und tralala. Aber wenn ein Auto sich neben dich setzt, und es ist neben dir, hast du es so weit zu berücksichtigen, dass du das nicht abschießt oder auch nicht reinfährst. Und das hat er halt nicht getan. Das ist ein Bock. Ich hoffe, er lernt er daraus. Das ist auch gut für die Zukunft. Wenn wir gerne das belasten. Ich wollte es vorhin auch mal geregnet haben. Also laut meiner Tabelle, P2-2 runter. Yellow Flag in Sector 3. Wir sind aktuell Lab 406, P2 ist ja direkt da vor uns. Und die sind aktuell Runde 408. Mhm. Ja, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da noch läuft mit Regress und Tralala und Einsprache und Gespräch. Und ich weiß nicht, wie das Comgrande handelt. Das ist mein erstes Ren bei Comgrande. Ähm. Ja, aus Erfahrung. Zum Beispiel die VMS macht es, wie gesagt, so. Wenn du eine Strafe hast, kannst du sie halt anfechten. Ähm. In ein Gespräch mit der Rico oder mit des Jurt zu treten. Äh. Kannst du dir das gegebenenfalls erklären lassen. Und da wird dir halt Vorsichtsmaßnahmen mäßig, falls dann die Sturards einsehen. Okay, da ist was falsch gelaufen. Ich habe etwas falsch eingeschätzt. Nicht, dass du dann trotzdem eine Strafe absetzen musst, obwohl du gar keine verdient hättest. Deswegen wird er da, bevor nicht das Gespräch geführt wurde, die dann wieder gelöscht. Aber theoretisch sollte die Strafe dann nachher wieder zurückkommen, weil, wie gesagt, es gibt keinen Diskussionsbedarf. Es ist sein Bock. Ob er nun die Skills hat, das zu verhindern oder nicht, ist mir wurscht. Man muss es lernen. Macht er ihm auch mehr Spaß, wenn ihm solche Dinge nicht passieren? Macht er ihm selber mehr Spaß, wenn einem keine Scheiße passiert. Also, hier hat es auch mehr Spaß gemacht, als ich noch nicht eine Stoppung und 30 versagt habe wegen Pitt gemütter. Ja. Ist so. Man will ja auch, also, ich gehe schwer davon aus, dass die meisten, die hier mitfahren, auch an sich selber, ihrer Leistung, ihrer Fehlerlosigkeit, ihrer Konstanz, ihrer Pace, ihren Skills erarbeiten wollen. Und ich hoffe, es ist auch so. Demo bist du noch da, ja, wa? Ne, ich bin gerade reingeschlafen, sorry. Ne, ich bin gerade reingeschlafen, sorry. Ja, ich bin noch da, ich bin noch da. Ah. Guten Morgen, schön, dass du da sind, junger Mann. Reden gerade viel mit dem Chat. Alles gut, schön, schön. Jo. So. Die Sonne geht schön auf. Na schön. Oh, Frankreich. Ne, P3 ist aktuell genau eine Runde vor uns in ein paar zerquetschte Sekunden. Also, da müssen wir wieder ein bisschen ran klotzen, aber es sind noch 10,5 Stunden. Das ist ein länges Rennen. Und es gibt Endo-Rennen, die sind kürzer. Ne Runde bedeutet da noch nicht viel. P1, P2 ist auf jeden Fall sehr schwer, weil die sind schon über zwei Runden vor uns. Aber P3 ist still realistisch. Boah, ich habe gerade so Angst vor dem dritten Sektor, ne? Warum? Weiß nicht, wir sind gerade nicht so gute Freunde irgendwie. Ganz, ganz probiert. Das ist mehr der dritte Sektor, haben wir gesagt, wir mussten so ganz fein anfassen. Das ist mager. Ja. Dann wird der ganz wuschig. Boah. Äh, Akterlauf P3 ist ein Aston Martin rund um Fröhlich, Groß, Arnfeld, Volldiener und Rohde. Ich bin Early, ich kenne keine von den fünf. Komm da nicht rein, da liegt halt so eine halbe, dreiviertel Sekunde liegt da drin. Ist ein First-Timer, dass ich die antreffe. Ich habe keine Angst vor dem Ding. Sind flott die Jungs, sind flott. Es macht süß und fern. Entschuldigung. Ich war all in 냄새, aber ich habeore nicht. Ich war auch noch ein Unternehmung. Ich war auch noch ein Unternehmung. Wir haben auf Deutsch zum Himmahal genommen. Ich habe noch ein Deutsch, ich war auch noch ein Unternehmung. Ich war auch noch ein Deutsch, in dem Masein. Das war's. aber ich musste mal kurz weg gehen für fünf minütchen ja muss da werden wir auf jeden fall im kopf halten aber bisher sind sie noch ich bin mal kurz fünf minuten weg er war das jetzt war dahin ja ich würde mich wieder da diese macht es gerade gut p5 so step by step davon ob zur p3 hält das sogar in abstimmung wir können mal kurz mal gucken was p3 gater fährt 158 ja okay p3 fährt ein ticken und schneller als diese aktuelle ich hoffe ich bin bald wieder gesund gut also chat ist gleich fünf minuten bin ich wieder da dass die leute nicht schlupfen wollen auf den kilometer großen raar wenn ich verstehe es nicht Oh, shit. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. I don't know what I'm saying. ich habe bereits ein richtig scheiß teufel im kopf es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bist du sicher, dass es eine kluge Idee ist? Ich will es nicht jinxen, aber es kann leider immer passieren, dass mal ein Diskodek passiert. Und ich bin dir ehrlich, ich bin sehr schwer zu wecken. Ich habe... Ja, darfst du, klar. Okay, danke. Ich rede da leider auch aus negativen Erfahrungen, das hatten wir leider schon mal in dem Rennen. Ja, kannst du, kein Problem. Okay, danke dir. Eklag, wenn du was brauchst, einfach sagen. Ja. Ja, Roadwolf. Du brauchst kein High-End-Setup, um Spaß am Simmelich zu haben. Ja, also ich bin auch ehrlich, mein Setup, so wie ich es jetzt aktuell habe, genauere Details findet ihr bei mir in der Beschreibung. Ja, das ist kein Muss. Das ist... Ich habe es mir halt geleistet, weil ich es mir einerseits leisten kann, ich habe es mir halt arbeitet. Ich habe natürlich auch hart dafür jetzt arbeiten oder gearbeitet. Und weil ich es halt sehr regelmäßig mache, auch gerade ein eigenes Simracing-Team habe, weiterhin irgendwo noch ein bisschen die Ambitionen trotzdem verfolge, irgendwann vielleicht über E-Sport zu landen. Ja, habe ich mir halt geleistet, aber es ist kein Muss. Also, es gibt genug auch sehr, sehr gute Simracing-Racer, die auch mit günstigen Rigs unterwegs sind. Also, das heißt Logitech G29, das heißt Wartemaster T300, ist auch selbst mit E-Sports noch unterwegs. In erster Linie muss es dann auch Spaß machen. In erster Linie muss es dann auch entsp road mapen. Also, es geht nicht простоkich, weiter sü стен ended. Das heißt, Knock, Knock and Rollschik-Racerُferatu сделали. Wir können es jetzt Então, in leur curiosität nicht ber IOG A-Sport zu spawnen. En erster Linie muss das besteigern. Das war's dir Rudolf. Ich mag auf jeden Fall alles andere als geil. Wie gesagt, solange es dir auf jeden Fall so Spaß macht, sind auch fertig mäßig günstige Setups absolut in Ordnung. Muss man sich nicht verschämen oder sonst irgendwas. Dass man das Gefühl hat, man muss teure Sekunden haben, das ist kein Zwang. Ja, das mit dem Bike abgeben, das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Bestimmt keine geile Entscheidung. Gut. Gut. Kurze Frage generell in den Chat, hat irgendwie mein Stream zwischendurch gelegt oder war es durchgehend flüssig. Okay, danke. Ja, das glaube ich. Also ich kann das absolut mitfüllen. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, das wäre bei mir auch so, wie wenn ich mein Golf 4 weggeben müsste. Mein Golf 4, es ist kein luxuriöses Top-Auto. Aber ich liebe mein Golf 4 über alles. Ich habe mit dem so viel Scheiße auch schon erlebt. Ich bin so weit gefahren mit dem. Ich war mit dem in Wien. Ich war in Italien. Ich war schon mehrmals in der Nordschleife beim Golf 4. Ich habe darin so viele Sachen erlebt. Ich bin mit dem sogar mal über eine Fußgänger-Insel gefahren und habe mir dabei die Ölwand aufgerissen. Weil, ja, um 3 Uhr morgens in der Nacht hatten die irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Bienenpöller, also die Reflektoren da irgendwie weggeschraubt. Ich habe die Insel nicht gesehen und bin da halt mit 80 drüber gegetet. Ja. Eine günstige Reparatur später. Also ich habe es bei meinem Dad in der Werkstatt machen lassen können. Die Ölwand hat 84 Franken gekostet. Plus Arbeitszeit und Kontrolle von den anderen Bauteilen, ob da irgendwas noch beschädigt war. 250 Franken. Was halt für so eine Reparatur auf jeden Fall echt günstig ist. Und, äh, wenn ich mir vorstellen müsste, den abgeben zu müssen, das würde mich auch schon hart mitnehmen. Jo, Jess, danke dir für dein Follow und herzlich komm mit dir genießen, Familie. Ja, ich glaube, ich glaube auch jeder hat irgend so einen Gegenstand oder auch eine Person. Gerade auch, äh, Menschen. Die will man nicht verlieren und nicht abgeben. Und, das tut einfach nur weh bei uns, wenn man es irgendwann muss. Und ich wünsche auch, ich wünsche es nicht mal meinen schlimmsten Feinden. Wenn ich denn überhaupt so schlimme Feinde habe. Äh, dass man so etwas Wichtiges in seinem Leben notgedrungen abgeben muss oder es einfach nicht mehr erhalten kann. Ja. Also Dinge zu verlieren oder abgeben zu müssen, die man liebt, auch ein Haustier. Ich habe zum Beispiel, da war ich im Militär noch, ähm, zu der Zeit. Und ich habe dann irgendwann am Freitagmorgen kurz vor der Übung ein Telefon von meiner Mom bekommen. Ähm, ja, äh, in der Woche am Montag wurde wohl dann meine Katze überfahren. Die war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Ich hatte sie, seitdem sie ein kleines Baby war. Und ich hatte die damals, hat, äh, von einem Bauernhof mitnehmen dürfen, auf dem wir Urlaub gemacht haben. Also mein Bruder und ich. Ein Bauernhofurlaub. Und, äh, das war mein erstes, äh, Haustier, was ich, wo ich so eine krasse Bindung hatte. Ich hatte schon, ich hatte schon mehrere Haustiere. Und meine Katze war halt, ja, die war für mich eigentlich schon fast wie eine Schwester. Und dass ich da an dem Freitagmorgen das Telefon bekommen habe, ich, pfff. Ich musste mir die Tränen krass verdrücken, weil ich wollte halt nicht vor meinen Soldaten weinen. Dann hatten wir den ganzen Tag Übungen und ich musste den ganzen Tag in mich reinfressen. Und am Abend, irgendwann, spät, gegen 23 Uhr, hat mich ein Kumpel, äh, kurz angeguckt und gefragt, ob bei mir alles in Ordnung ist. Und da bin ich dann einfach auch nur mit dem Tränen, äh, ausgebrochen. Aber ich konnte nicht mehr, das ist, ja. Ich hab's auch bis heute nicht wirklich 100% verkraftet und verarbeitet. Ja. Ist, ähm, ist nicht schön. Das ist ne gute Anschlung, Rodolf. Ist ne gute Anschlung, Rodolf. ja auf jeden fall also es ist es tut weh solche kapitel irgendwann abschließen zu müssen aber wenn sie einem so wichtig und so am herzen lagen ich habe auf jeden fall für mich entschieden ich wollte meine katze trotzdem bei mir behalten und habe es mir deswegen auf meinen unterarm tätowieren lassen so als gedenken weil ja wie gesagt das war für mich eigentlich wie ein verlust von der schwester ich nie hatte ich hatte ich habe einen kleinen nervigen bruder wenn es leider nicht mehr ändern wir müssen es akzeptieren nach vorne gucken so 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 die siehst du siehst im floh macht er gut macht er gut würden gerne loben sollte ich nicht das ist das schnelle verweis man dass man das lob aussprechen kann so so die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde aufpassen Nicht, dass sie gleich noch ein DSQ haben Wenn die da so Die Strecke abkürzen Wie schnell das passiert, dass man DSQ sorgen kann Audi bitte nicht Nein, nein, ich würde sagen Ja, das ist gerade auf der Geraden Noch der 77, so ein Audi Der fuhr ganz langsam Ja Ich dachte zuerst, der hätte vielleicht einen Platten Ja Dann ist der Sprit ausgegangen Oh nein Der rollt gerade noch mit 15 kmh in die Box Die ärmer Sau Oh nein Ja, und die waren eigentlich richtig gut dran Die waren ja hoch, also weit oben in der Top 10 Und jetzt ist Stellstand Jetzt ist alles aus Reb 77 Ja, das ist nicht so geil Ja, dann ist gut, dass wir uns dagegen entschieden haben Letztens sind Der arme Kollege steht da jetzt einfach Und hat keinen Sprit mehr Und dass leider keine Boxing Crew Die jetzt da zu dir hinrennen Kann ich da reinschieben Oh Mann, ist das bitter für die Und das nach Nach 14, ein Viertelstunden Also in der Box steht er auf jeden Fall Ja, ist jetzt stehen geblieben Halt ohne Sprit, ohne gar nichts Ich weiß jetzt, wie die das machen Wie die das machen dürfen Ob die dann nachher trotzdem noch mitfallen dürfen Weil die müssen sich ja resetten Die müssen sich resetten Sonst geht's nicht weiter Die müssen sich resetten, ja Ja Ich weiß halt nicht, wie es hier ist Wenn du dich resetst Und wie es dann weitergeht Für das Team Das kann ich dir auch nicht sagen Ja, nee Ich weiß jetzt leider auch nicht Wie das hier geregelt ist Was da passiert Werden es gleich rausfinden Also Guck jetzt Ich bleibe hier kurz auf dem Auf dem Audi drauf Weil Ja, okay Jetzt mussten sie sich hier resetten Och nee Dizzy Ja Der ist eine Wagenlinke Vor seiner Boxingasse stehen geblieben Oh nee Ich habe dir nämlich gerade zugeguckt Der hat sich jetzt geportet Das war eingeboxt weiter Oh fuck Er hätte es fast geschafft Ist das bitter Aua Jetzt sind sie auf 14 Oh shit Das ist richtig scheiße Das wünscht man auch niemanden Ja Siehst du mich? Siehst du mich nicht? Dankeschön Ich habe dich ganz toll lieb Opa Ja Sauärgerlich Gucken wir dann gleich mal Ein paar Minuten mal rein Also Agnes Stehen sie in einer Box Als Boxenstopp Aber die sind hardcore Das wären sie Waren jetzt noch Boxen Unbereinigt Fünfter Denk mal Weil die Boxen bereinigt Waren sie bestimmt In die so siebter Achter Jetzt sind sie auf 15 Waren 16 Rest in peace Ja auf jeden Fall Django Banane Schlimm Eine Zeitstrafe Kommt auch noch Oh by the way Hulle Danke dir für deinem Forderen Hetzig Kommt in die Gäste Familie Was vergessen Oh man Ist das sad Was um 6 Uhr morgens Ist das Wir fehlen eigentlich nach mir Ja Genau Was Keine Ahnung Wie lange dauert denn Denen sind noch 54 Minuten Ich weiß nicht ob Winnie oder Niklas dran sind Chat kann das Kannst du jetzt jemand In Erfahrung bringen Bitte Ich muss jetzt auch Mal gucken Also laut Stintplane Ist Niklas dran Mit dem Double Stint Dann hoffen wir mal Dass Niklas noch Auftaucht Demnächst Also war vor allem Immer so gegen 5 War ich auf jeden Fall Bei mir im Chat Und hat gechattet Aber ich weiß nicht Ob der Den ist alles easy Den ist alles easy Hat er letztes Mal Auch gemacht Den ist er wach Die Bremsen sind hinten Jetzt an Okay Ja dann müssen wir Auf jeden Fall Für den nächsten Wechseln Aber dann haben wir es Genau richtig gemacht Weil dann kann Niklas Das ganz 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 Frische Auto fahren Dann geht es wieder Auf P1 Easy Ich werde mal gucken Ob die 77 Aktiviert er fährt Wo die dann aktuell stehen Auf 17 Aua Die haben 10 Plätze verloren Durch die Scheiße 10 Ist das Asozial Ja Auf jeden Fall Natürlich auch irgendwo Eigenverschulden Aber es ist Es kann schneller passieren Dass man denkt Dass man den Schritt mal vergisst Ist mehr beim Comp Ich freue mich für Niklas Das ist ein schönes Gefühl In so einem Rennen glaube ich So ein ganz frisches Auto zu kriegen Beim Comp Cup Ist mir das nämlich In Qualifying passiert Da habe ich auch vergessen Aber Sprit zu achten Dann bin ich in Qualifying Ausgelaufen Und was haben wir gekriegt Eine 5 Plätze Gritstrafe Oh die ist so geil Hm Ja gut Die Mühle mag er vielleicht Nicht so schnell Ist er trotzdem Ich denke auch Da meine Bestzeit Die ist relativ schnell Futsch Aber ist auch okay Er ist E-Sportler Ich bin es nicht Der Niklas kann es halt einfach besser Nicht umsonst Fährt er bei Rotronik Und gestern bei dem VCO World Cup Einfach fucking P3 geholt Krass starke Leistung Ja gut möglich Denke ich auch Ich weiß nicht Ob er sogar eine 53 hinlegt Also Tobias Pfeffer Auf jeden Fall Niklas Aber ich meine Unrealistisch ist es nicht Gerade weil er natürlich Jetzt auch absolut Null darauf achten muss Den reifen Doppelsystem Der kann den einfach Durchballern Der Der Und Der Peter Ad And Frau Ja, was ich grundlegend immer empfehlen. Ich bin auch meine ersten tausenden Kilometer mit dem Aston Martin gefahren. Da habe ich jetzt erst angefangen, mich so ein bisschen exotischer umzugucken und auch mal ein bisschen was anderes zu fahren. Ich fahre aktuell relativ öff das BMW. Auch viel Mittelmotor und Eckmotor, was mir eigentlich bisher nie wirklich gelegen hat. Ich bin schon eher der klassische Frontmotorfahrer. Ich bin schon eher der klassische Frontmotorfahrer. So wie du gehst, BMW? I'm sorry, my bad. Audi. Ja, ist ein schavites Auto. Ist auf vielen Strecken echt gut fahr, was? Werde sich das mit dem Aston mehr so ein paar Zufall ergeben. Ich bin am Anfang eigentlich nur Bentley gefahren, weil Bentley Liebe und bin dann in die VMS gekommen und hat mir da ein paar Zufall einen Teamkollegen gefunden und der vor halt Aston. So, da bin ich halt auch Aston gefahren und irgendwie bin ich dann an dem hängen geblieben. Bin auch in der VMS dann mit vier Seasons gefahren. Sprint Seasons. Den ganzen Endos mit dem gefahren. Ja, echt viel mit dem rumgekommen. War auch eine coole Zeit. Momentan habe ich gerade so semi viel Bock auf Aston. Einfach liegt daran, weil er sehr oft von vielen gefahren wird. Weil er leider auch durch die ganzen BOP Änderungen einfach stärker wurde. Und das habe ich nie so gefühlt. Der Aston war immer so da. Der cool, der gute Allrounder, der konnte nix krass gut, der konnte nix schlecht. So, der war einfach gut aus am Monza. Ja, gut, Monza, okay. Monza war RIP. Aber sonst war der Aston immer einfach ein schöner Allrounder, hat sich super geeignet für Endo. War nicht OP, war nicht zu schwach. War ein gutes Auto, um damit fahren zu können. Aber aktuell, sind wir ehrlich, Beispiel Spa, ist der Aston OP. Also der Aston einfach fucking genius. Da kommt aktuell nix ran. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen will ich den Mond dann auch ein bisschen meinen. Aber deswegen bin ich halt auch aufgenommen. Servus, Putin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgefallen. Aston ist natürlich deutlich kostengünstiger als iRacing. Also iRacing, ich habe iRacing. Ich war da aktuell relativ regelmäßig oval. Aber es ist schon eigentlich gestört, wie viel du da zahlen musst. Allein für die Strecken, für die Autos. Dann noch eine monatliche Gebühr. Ist schon frech. Eben gerade wenn man eine Art Zählen guckt. Die Basis-Software kostet, keine Ahnung. Kostet aktuell. 25, 30, 40 Euro. Was die ganzen DLCs, wenn ihr alle DLCs kauft, plus Spiels, plus Main Software. Hast glaubt noch nicht mal ein Huni ausgegeben. Und das hat alles, was da... Klar, du hast nicht diese riesen Auswahl bei iRacing. Aber du hast alles und das gehört dir. Und das ist das kompletteste GT4 und GT3 fällt. Um angeboten doch immerhin 18 Strecken. Also ich meine, 18 Strecken sind ja nicht wenig. Jo, 10 Volvo. Danke dir für dein Fall. Und herzlich willkommen in der Genießer-Familie. Am G fahr ich auch gerne in letzter Zeit. Mochte ich am Anfang auch nicht so. Jetzt mit dem Evo-Modell gefällt er mir schon deutlich besser. Bitte zieh zurück, bitte zieh zurück, bitte zieh zurück, bitte zieh zurück. Ganz oft, ey, nee. Okay, nee, der wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe eine A, keine E. P3 fährt 1,56, 57er-Zeiten. Danke dir, Bro. Ich hole gerade auch auf P3. Ruhet er wirklich hier auf? Stark. Keep pushing. Keep pushing. Ich werde ihn jetzt nur so loben, aber das hört er noch nicht. Das heißt, das wird ihn nicht beeinflussen, aber... Let's go, Bro. Let's go. Seiten sind sehr gut aus. Ja, es lohnt sich, anfangen wirklich sehr, sehr lange nur ein Fahrzeug zu fahren und sich vielleicht dann später mal so ein bisschen nochmal wieder ein bisschen rum experimentieren, eben. Ich fahre momentan Querbeats, einfach grundlegend Frontmotoren. Jetzt dann aber hier für dieses Event fahre ich Ferrari, Kailami, die zwei Stunden von der V-Modell ist, bin ich sogar Porsche gefahren. V-Modell ist acht Stunden, das bin ich Audi gefahren. Was hat man noch spezielles? Wer fragt? Ich glaube, das war es jetzt gerade so an kreativen. Ich bin jetzt noch nie McLaren, Honda, Lamborghini. Was gibt's noch? Mittelmotoriges. Das war's. Ja, die bin ich noch nicht gefahren. Habe jetzt auch nicht unbedingt das krasse Bedürfnis danach. Ich bin schon immer ein Freund davon, wie wir mit einem Frontmotor fahren. Ja, das ist eine gute Entscheidung, Chessmasters. Das ist eine gute Entscheidung. Damit machst du auf jeden Fall nichts Falsches. Ich kenne einige, die sind von Anfang an, die haben querbeet alles gefahren. Ähm, ja, der Progress ist dann halt deutlich geringer und du kommst nicht so schnell voran, wie wenn du dich grundlegend auf ein Fahrzeug einschießt und da deine Skills erst mal trainierst. Bringt dir mehr, wenn du es nur an einem Fahrzeug für eine Weile einmal vermachst. Ja, okay, das kann ich ihn nur durch verstehen, aber nö. Ich lese das als deutsches Wort. Mit A. Ja, auf jeden Fall, Chessmasters. Am Avocado-Typ, ja und nein. Jein. Ich habe es ein bisschen verborgt in meinem vierten Stint. Habe halt dummerweise, bin auf den Pitlimiter gekommen, habe den kurz deaktiviert in der Box und dementsprechend ist das Top über 30 ausgelöst und danach war einfach auf der Strecke einfach vieles los, was nicht so cool war. Ja, aber die 780 Grad top. Wir sind zum Glück auch inzwischen durch mit unserem Reifensitzen. Gleich wird dann auch noch die Bremse gewachsen und Niklas ist demnächst dran. Unser finaler Joker und da hinten steht ein Auto. The fuck. Ja, Niklas wollte langsam auftauchen, ja. Wir, wir, wir schlau. Jo, Matthias, vielen Dank dir für deinem Follower und herzlich willkommen in der Genießfamilie. Da habe ich, glaube ich, schon geschlafen gehabt, beim letzten Rennen beim Suzuka-Rennen. Ich bin auf jeden Fall soweit noch da, bis der Beleisung da ist. Ich lasse den lieben Disney nicht alleine. Es wäre halt schon fetzig, wenn Niklas so langsam mal auftauchen könnte. Wie lange hast du noch Stint? 40 Minuten, aber er muss noch Drücke rausfahren. Äh, Teamstie, 9. Also wenn's, wenn's irgendwie gar nicht klappt und Niklas kann ich aufdach, dann wäre ich sonst auch zur Not da. Ja, zur Not kann ich auch noch einen Dritten fahren. Daran soll's nicht scheitern, aber... Ich sag mal so, Meinung, wir haben euch jetzt hier nicht die ganze Nacht geackert wie die Kaputten, damit der morgens nicht in sein frisches Auto renniert. Verstehst du, Wegweide? Ja, stimmt schon, ja. Also, Niklas Huben, falls du das hier hörst und du auf der Couch rumliegst, verstehst du meiner jetzt? Schwing mal deinen Arsch langsam hoch hier. Friss mal dein Nutella-Brot auf und dann abfahrt hier. Ja, gut möglich, tschüss, Master. Ja, gut möglich, tschüss, Master. Ja, gut möglich, tschüss. Ja, gut möglich, tschüss. Ja, gut möglich, tschüss. Das Ding ist halt, ich weiß nicht mal, ob Niklas weiß, wann der fährt. Also, ob der den Stintplan schon mal gesehen hat. Ich zweifle das gerade sehr hart an, irgendwie. Ich hoffe es nicht, aber unmöglich ist es wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, er hat das im Griff, wenn er fahren muss. Also, der MM-Chart meint, er hat das im Griff. Er hat wohl um ein Uhr geguckt. Okay. Äh, nee, das war die 7. Die Nummer 7 war mein Lieblingsbändchen, dieses Rennen. Okay. 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 Danke dir, wir geben uns auf jeden Fall unser Bestes. Also, der P3 wäre schon cool, wenn wir das noch irgendwie holen. Das wäre fresh. Undy. Undy. Nein. Oh. Ja, Ripp, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß auf der Arbeit. Ähm. Genieße es? Äh. Sonntag zur Arbeit, so früh morgens? Äh. Nicht ehrlich, hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Ähm, aber gut. Glück machst du für dich, ich. Aber du machst es super. Ja. 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 Sehr schön. Hast du Niklas deine Telefonnummer? Ja. Ruf ihn mal an und fragt diesem wo der ist. Ist der noch nicht da? Nein. Ne. Wie lange hast du noch? Ist ja nicht lang. 30 Minuten. Ach scheiße. Ja. Also Winz wir haben uns auch grad überlegt. Ähm, für mich wärs auch okay wenn ich jetzt im Anschluss noch 1 seedinfahre. Bruder du Lick.. Du bist raus. Du bist tot. Nein, ich bin nicht tot. Du bist fit oder was? Ich bin aktuell noch fit, ja. Dann würde ich das nämlich auch direkt gerne nutzen, weil dann kann ich nachher so schlafen, dass ich dann zur Zielanfahrt wieder da bin. Dann muss ich nach dem Schlafen nicht nochmal einsteigen, weil ich weiß nicht, ob das unbedingt eine gute Idee ist, nach dem Schlafen nochmal einsteigen. Sollte Niklas nicht pünktlich da sein, dass wir das mit Rück- und ETC machen, fährst du ein Instint. Genau. Nach einem Instint würde ich dann übernehmen und dann gucken wir, wie die Leute da sind. Mach gerne dein Telefon und ruf da jetzt bitte an. Ich habe seine Handynummer nicht. Ach so, okay. Ich habe gerade ihm der Discord angeschrieben und normalerweise antwortet er mir immer zügig. Ich habe nur die halbdeutschen Aliens auf meiner Kurzweiltaste. Ui, Ui, Ui. Jo, Roto hat mich gefreut. Mach's gut. Viel Spaß beim Training. und man hört sich die frage ist 10 und 12 was ist was ist viel und was ist wenig oder dem 2 uhr 30 gecrasht oder so so meinst du wenn ich habe hier angeschrieben das sorry können wir bitte nicht im team fliegt irgendwie also also es kann sein dass wir 30 ist das mit das ding mit dem bett lever oder mit modi so einmal hatten audios abgeschossen da war ja das ist das mit morgen gewesen sein wenn ich mich noch diese auf dem auto und später hat mir ein kontakt mit einem band leder einfach nicht überrunden lassen wollte und einfach da ist es irritiert einfach mir die seite gefahren ist aber mir ist nichts groß passiert einfach der band ist abgeflogen und dann noch mclaren und wenn es abgeräumt was aber aktuell skurril ist er hat dann darf er auch 30 sekunden bekommen bevor er absetzen konnte wurde ihm die weggenommen und seitdem her er nie mehr wieder zurückgegeben also der hat jetzt einfach und nicht dafür bestraft haben wir sind da wir sind es über die nacht gewesen und jetzt gerade eine lap down von p3 ja nacht lief eigentlich gut wir waren auch schon schon längst nicht mehr in der lap down ich habe aber in der boxen den verheerenden fehler gehabt ich von idiot habe auf die pfeiltasten habe ich auf die steuerungstaste gerückt und das ist mein peter dt oder sg 30 sg 30 auch keine katz zu weit das ist sehr schön was hat denn du weg bist glaubt eine oder zwei dts aber das ist im rahmen das hatten die meisten oh du bist ein richtiger richtiger engel jetzt morgen okay ja wir machen das halt einfach so wie gesagt ich glaube ja wie gesagt ich wäre ich würde es sogar bevorzugen jetzt direkt dann noch ins hinzufahren ja ja meine kutnik leser sauer meiner da kommt er vielleicht hast du auch 20 minuten vorher das wäre eigentlich jetzt aber jetzt den plan ist ja klar dass den aufgeschrieben das wird ungefähr sehen wir sind aber zurückgefallen ja stimmt ja doch wir sind tatsächlich fast perfekt von den zwei zeiten mit der drei normale doppel gesündet bei dem box ist ob der jetzt kommen wird die bremsen noch gewechselt ja ja warte mal wir sind nur 20 oh leute sind sogar über der zeitspanne wenn wir dieses sind so weiter aus denen könnten wir sogar schaffen zwei boxen stop zu sparen ja hätten sogar zu viel gespart ja ich habe der rest ich habe der rest fahrzeit von zehn minuten ein geplast und station der schon zehn minuten aktuell drin und wir sind bei aktuell 7 uhr und sich 7 13 das bedeutet wir müssen noch sieben minuten raus waren das kriegen wir hin wenn wir es schaffen sieben minuten über diese neun stunden noch mitzunehmen dann also wirklich diese da bist du wirklich aktiv waren wirklich gucken dass wir uns aus dem arsch ausleiern dass wir diese pitstops präsentiert weil dies das könnte uns vielleicht diese sg 30 noch mal raus wenn die vor uns das nicht schaffen racedacing ja werden wir also laut die sie meldet sich inzwischen in der bremse also wir müssen wechseln ja die meldet sich die ist schon das ist wieder so das ist ein ding ja tschuldigung da guck mal da ist es wie gesagt das wäre für mich gerade sogar angenehmer aber ich mache ich auch schon mal bereit ich bin jetzt mal aufgewacht für später überste musik da draußen also bei mir ist es einfach nur noch darkness auf darkness aber uns regnet es auch gerade wie alle alle dieser traffic und sogar sehr weit vor dem porsche das kann jetzt nur noch vorne gehen ja die sie hat gut ist gut zeit gut macht auf dem p5 das sind auch durchgehend vor ihm geblieben zwar zu mir waren zwar nur noch sechs sekunden vor ihm aber inzwischen dass wir daraus gefällt wir haben auch war nicht die 77 wir haben die 35 vor uns jährlich wenig was ist ja die 77 war ein bisschen wieder was der passiert ist die haben unter der fahrt das verkackt oder was ja die sind ausgelaufen kein sprit mehr und sie sind fünf meter vor ihrer boxengasse stehen geblieben ohne sprit die sind von p7 auf 17 gefallen die kegel kommen auf jeden fall auf der startgraden wieder an die oma da habe ich da reingegittet bin ein paar kegel umgefahren die kommen gerade wieder auf start zielrunde apelon umgefahren auf der karte ja er hat neun sekunden p1 vor sich p3 vor sich das heißt wir können die backlappen ja aber lupo ich bin ich bin nicht niklas ich bin ich bin doch normal sterblich mir fehlt noch dieses bisschen etwas um zum unsterblichen sim racer zu werden also zum e-sportler aber es ist schon vordere pace was du fährst also jetzt zwar nicht alien pace aber das alien pace soweit bin ich noch nicht doch noch was anderes glaube ich aber daran versuche ich weiterhin zu arbeiten also ich will es nicht abschreiben jetzt dann mehr sport mit mehr sport machen ich denke mal damit kann man auf jeden fall auch einiges improve warum hat mich eigentlich mal diese mücke also ich wache ja auf ne und schnelle fest es juckt hat mich einfach so eine richtige huren mücke in meinen zeigefinger rechts rein stoppen aber anders unangenehm so so man zur lupe ja aber trotzdem die sg30 hat alles ordentlich reingesagt mag der linfotemperaturen das nils gerade auf sein doppelstint also reifen doppelstint aber ohne reifen also reifen sind wir schon durch dies hat nämlich in seinem ersten doppelstint den reifen gemacht er hat sich wohl gefühlt das ist auch ganz gut abgeholt also aktuell ist er nur auf dinge unterwegs und ja wir haben vor allem was interessantes rausgefunden und zwar deine erster reifensatz ist schwarz ja warum wohl dein zweiter unfall gebaut von dem ich nichts weiß schwarz ja die reifen also der erste reifensatz von ray und mein erster reifensatz die zwei stunden gefunden die dunkel warum zum fick ist das auto langsamer ja weil einmal habe ich ein dreier gehabt also so extrem viel dann angefahren ja alles gut war auch nur ein joke ja ne dem fälle weg ich will mir auf jeden fall auch gucken dass die steuerungstaste da nicht mehr für ein pitlimiter ist ja so wie lange muss der gute sie noch fahren 40 minuten naja 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 also gehen die tappen ein paar touren hoch 24 24 hör mal kurz mein handy weil ich hab ein foto gemacht von den dings dann kann ich es hochreißen nicht wieder ja dann rechne mal sag mal willst du mich verarschen du sie morgen was los das auto ist übelst langsam geworden jetzt ja definiere ja ich bin mit 10 äh mit 10 äh hundertstel hundertstel ja auf der gerade ruf und komm mit 20 am ende an ja wir haben jetzt ich weiß nicht die temperaturen steigen halt jetzt wieder haben wir 25 grad das kommt so langsam so wieder ein bisschen so ich weiß nicht hast du schaden ne eigentlich nicht deswegen war ich gerade so verwundert dann muss die motorleistung aber gerade richtig abnehmen ja bitte ist sie halt scheiße also nur als rückmeldung remo wird es den nächsten fahren und dann geht weiter kommt niklas nicht oder was ich habe keine ahnung hat mir jetzt nicht geschrieben ähm er muss 20 minuten mindestens vorher da sein äh dass er drücke raus fährt und fit ist er ist nicht da da er fährt ist jetzt bin ich ne hatte ich nicht dampfer äh ja jeff master also ich sehe mich da schon bald gegen den ist schöniger fahren von der pace klappt du bist aber nicht langsamer als p3 trotzdem also du hältst es gut konstant stinkt aber trotzdem gerade ab hier weil ich nicht weiß aber werden alle also du bist nicht langsamer ich denk dran wenn wir roche luft weniger leistung mit doros also deutlich weniger ja es ist schon ok es ist ja es ist 24 24 hey der keine ahnung muss aber fahren da wird schon wir wohl zum maß mit der mask hat angerufen desi wollen wir gleich auf am australraden die drücke machen ja bist du fit ich bin fit ja irgendwas ist auch geiler wenn ich jetzt direkt noch nicht fahren kann solange ich bin bevor ich dann nachher pennen gehe guten acht jengobanane jedes wochenende werden wir definitiv kein 24 stunden rennen fahren also senior 25 9 von links ja 27 0 vorne rechts ja 25 9 hinten links ja und 26 8 hinten rechts habe ich danke macht man besten in die 110 liter an das passt und brems nicht vergessen habe ich dann habe ich gleich die ihre die neuen bremsen zu fahren ja nimm so an nehmen kann man sowieso ich meine die bremsen müssen dann nur noch neun stunden halten die anderen haben 15 stunden gehalten krass aber die im regen in suzuka haben nur eine stunde länger gehalten da sind so kann man ja 60 mit den zwei gefahren na ja da hat doch geregnet er hat trotzdem nur eine stunde länger und die waren ja dauer ausgekühlt die belastung aber dennoch wenn sie kühlen sind auswalt sich weniger ab was natürlich auch weniger die bremsen Rudi mein jaja ein spiel doch nicht mit meinen gefühlen um diese urteilen und macht euch doch das leben nicht immer so verflucht schwer für alle im chatten soll ich jetzt die winke die sind nicht mit allen aber p5 ist gerade eben mistral abgeflogen und dem ist dann schon rechtsblick was er noch mehr lücke nach hinten ich habe jetzt auch nur ein paar zuvor gesehen dass da die neuen und eins abgeflogen ich habe das schon richtig gesehen die neue elf ist gerade eben erst abgeflogen die 35 und dann kannst du ja die früchte ernten von der ganzen nacht mark was komplett frisches auto ja dann waschen aber noch bitte ja ja diese pinkel drauf das reicht hochkonzentriert der jetzt die ganzen gummi wurzeln weg ja dann geht es mir was da guten guten hunger weil wir stehen haben wir jetzt ja auch schon müssen und die junge das ist aber wird so langsam stinkt die bremse ab komplett du musst ein bisschen darauf achten du kommst du ziemlich weit raus an der einen stelle du bist gerade aufgestanden ok ja ich sitze schon seit einer stunde 45 im wagen i know what i'm doing ok bisschen aufschlusschen das selbe ich weiß ist ok aber das brauche ich gerade nicht in die letzte elf minuten verstehst du das erzeugf ich dressen und ruhe danke schön ich wei kein grad rein keine sange ich sto want mit gemütlichkeit wir nehmen 2 mit gemütlichkeit, mit Ruhe und gemüt'lichkeit mit Ruhe und Entliche denn Ruhe ist das aller schönste der Welt um der 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 ja tanzen sollte ich lieber sein lassen das kann ich nicht gut ja ich kann zwar nur mit weiben aber würd ich springen Jo, danke To ja bisher macht's auch Spaß Nismo, das ist kein Anzeigen von Schlafentzug wir sind einfach nur gänzlich komplett bescheuert das ist aber vollkommen normal das werde ich jetzt gerade überlegen ich bin gestern am Samstag aufgestanden um 10 vor 12 Oh Gott, diese Bremse sag ich, ich bin jetzt wach äh 12 plus 7,19 Stunden oh, da ist gerade die Frage gelesen, wie kann man an einem Sonntagmorgen so gut verlaut haben wir sind alle Twitches Primus gesehen mit Twitches Primus die kostenlose Möglichkeit eines schnellsten, wie wir eure Wahl kostenlos zu schützen dass er schneller wird und auch seine Reifenbrücke immer passen ordentlich weißt du Bescheid was Chat das stimmt das Fumalabs ja nie ganz einfach beinworte wir fahren rennen danke Jeffrey wenn man Sonntagmorgen in nem Rennen ist ist man immer gut gelaunt wenn nicht dann hat man was falsch gemacht dann bist am euch vielleicht erstmal schön mediterranen Pfirsisch Tee ja, Vince wird sehr gerne am Sonntagmorgen flachgelegt der hat da so sein sein Fetisch oder es wäre mir egal wo oder wann wenn nicht überhaupt flachgelegt werden würde ja, ja, Vince du musst die Story erstmal zu Ende hören zwar müsstest du es euch ungefähr so vorstellen Vince liegt im Bett schläft friedlich da kommt so ein prächtiger Mann Was ist denn los mit dir? Nein! drückt ihn gegen die Wand Abort 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 dann drückt ihn gegen den Boden und dann dann wird das Ding da hinten da hinten schoben du Nee, ich bin höchstens sechs Geschichten was mit skalischer Hetz oder so'n Scheiße aber geh mir doch weg mit irgendwelchen Hagrid's alter kannst du dich mal löschen Nee da kommt Wayne Rock Johnson da kommt Wayne Rock Johnson und die sinds höchstpersönlich Nee da wird die Masse in Elvingo reingeprägt das fühlt Elvingo das mag Elvingo Bruder das ist halt irgendwo reingeblieben Alter Fuck desto größer der Loris desto besser findest Elvingo Oh Gott oieieiei glaub ich was ich mir hier schon wieder von der Art hören muss ey Unglaublich Unglaublich wo ja ja luft wo wenn dann das ja gell finde ich auch ich finde dieses Thema ist ein super Einsteiger für jeden der gerade aufgestanden ist wie Elvingo morgenlich beglückt wird und Wayne The Rock Johnson und Johnny Sins am Boden gedrückt und einfach nur klar fast bam 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 oh my God Alter oh oi 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 wind quasi worüber redet ihr jetzt wird das jetzt sprachmach ich von dir kurz zur aufklärung für dich, wir hatten gerade kurz was oder wie Elvinko seinen Sonntagmorgen gestartet und er hat zugegeben, also ich muss es für ihn erklären im Chat, er hat es wohl einfach halt sehr lieb, wenn er frühmorgens von kräftigen Männern gepackt wird und viel Liebe bekommt, gerade mit ganz großen, wuchtigen Prachtdingern. Darauf steht der Winko, muss man respektieren, aber gibt es seine, macht er gut der Wins. Dizy? Ja? Ich fühl mich unwohl mit Rema an einem Discord. Willst du gerade noch einmal verarbeiten oder findest du das auch völlig legitim? Ehrlich gesagt ist mir jetzt scheißegal, ich wollte nur so nachfragen, weil ich etwas gesagt hat, wo wir ja eher uns gehalten. Achso. Okay. Äh, wie lange hast du noch zu fahren? Sechs. Sechs. Top. Also ich würd jetzt denk ich mal die Runde bennen und dann noch eine. Dann müssen die Stands komplett ausreizen. Ja, fassen wir weiter aus wie es geht, weil anscheinend meinte, ähm, Vince, wir würden sagen, am Ende war mal noch ins Flaschen-Dash eingeplant und wenn wir das komplett rausfahren, könnten wir uns sogar noch den sparen. Alright. Let's go. Ja. Also einfach uns nehmen wir fahren, aber nicht zu, zum Beispiel. Ja, der nur noch für drei Runden Sprit, Alter, das reicht ja nicht. Oder? Hä? Sechs Minuten sind es sechs Minuten bei ihm, ne? Oder sie sind es zwei Runden? Ja, das passt. Ja, zwei Runden mehr geht auch nicht, das stimmt schon. Passt schon. Hab's gar wahr, aber hab ich grad selber verblübt, ich dachte, das wäre ja. Äh, Simon Mius, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wo Niklas ist. Niklas ist verschollen. Wahrscheinlich haben wir sich auf P3 ordentlich angekabelt und jetzt, äh, ja. Ja, wir waren mal vor zwei Stunden, oder war er bei mir mal im Chat? Also deswegen finde ich's gar ein bisschen skurril, aber... Ja, okay, dann ist er einfach nur noch verpennt. Ja, auf jeden Fall, also ich fahr jetzt auf jeden Fall noch ein Stint, das war ja eh mal noch geplant, dass ich gegen die Ende noch ein Stint fahre. Ja, ich fahre nach der Bundesfeierabend, Remo. Jo, kein Ding, komm rein. Reicht noch für zwei. Noch reicht noch. Reicht für zwei. Ja, reicht noch für zwei. Okay, jetzt war er dann wirklich auf allerletzte Knacken raus. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir wissen gerade nicht, wo Niklas ist, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Ich werde jetzt dann direkt den Stint übernehmen, weil es war ja wie gesagt noch geplant, dass ich den Stint fahren werde. Okay, Jeffrey. Und ich fahr den jetzt lieber jetzt, äh, wo ich gerade wirklich auch noch wach und fit bin, ich fühl mich auch noch fit und ready to go, äh, als wenn ich jetzt dann den nachher fahre, wenn ich dann irgendwie frisch aufstehe, weil dann kann ich die Mission nachhören. Oh, ich bin so froh, wenn dieser Heimer neue Bremsen kriegt, Alter, das geht gar nicht mehr. Ich freu mich dann nachher auch, dann wirklich zu duschen und dann ordentlich mal zu schlafen und ich bin ja dann irgendwann für die letzte Stunde, dann bin ich auf jeden Fall noch da. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mal gucken, je nachdem. Ein bisschen schlafen sollte ich auf jeden Fall, gerade weil ich momentan aktuell noch ein bisschen krank, krank bin. Äh, joa. Schon gut, wird schon gut. Also, Niklas noch ein bisschen schlöfle. Ich überlege gerade, ich muss das während deines Stins abklären, wenn du dann dein Stim schon fährst und nichts passiert, dann brauche ich Ray, dass er da ist, weil Dizzy wird dann auch, oder bleibt sie die ganze Zeit da, oder hast du gesagt? Dizzy meinte, er ist wohl bis heute Abend da, ja. Durchgegangen. Kommt. Alles ist egal. Ja. Alles klar, geht noch eine Lab, das ist okay. Ja, Frühstücksfernsehen wäre genau das Thema, weil Frühstücksfernsehen wäre diese Zeit rum, wo Remo oder ich dann unsere Stins haben. Und das ist genau das, das ist genau das, da war ich Ray. Kurze Frage, wie, also streamt er aber trotz, also, hä, was ist das? Er wird das irgendwie nebenbei noch streamen. Selbst so, ne? Achso, das heißt auf seinem Hauptkanal läuft weiter hin und das rennt. Ich hab keine Ahnung, wie das gemacht wird. Okay. Ich war da nicht dabei, ich hab da geschlafen das letzte Mal. Okay, dürfte ich dann sonst deinen Stream restream? Weil ich will halt, ich will nicht auf dem Server chillen, weil ich will es zwar nicht jinxen, aber es kann halt ja immer diskret kommen und ich bin sehr schwer aufzuwecken. Ja, ja. Und da, wir haben ja leider keinen Speck, was war. Ja. Deswegen. Ah, gut, danke, dann mach ich das. Warte, muss ich jetzt meinen dann nicht aufhören, dann kann er durchlaufen. So, die Sorinos, gleich bin ich dran, freu mich. Am fünften Stint. Am fünften? Ich tue euch Chat auch schon mal wieder ein bisschen vorbereiten. Ähm, ja, auch wieder an der Stelle, tut mir leid, ich werde euch nicht lesen, damit ich im Fokus bleibe, auch die Lords werden gemuted. Wann ist ein Ray offline gegangen? Ray ist offline gegangen, irgendwo im Bereich 2 Uhr. Also ich denke mal, der wird noch eine Stunde, zwei schlafen. So, ich verabschiede mich aber schon mal von hier und, äh, ja, bin schon mal drinnen mit dem TS. Was? Dann gehen darf ich nicht. Krass. Ciao. Viel Spaß. Sie fahren. Vielen Dank, Frau. Sie kommen hier. Wie geht es? Wie geht es? Wann? Sie kommen hier mal. Sie kommen dort. Ich bin da, ich bin ready. Nochmal kurzer Check, habt ihr alles drin? Ja. Schöne Doppelstint. Yes, 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 yes. Sehr schön und ordentlich einparken. Wunderbar, se musas, gracias, perfecto, schnucki. Okay, ja, doch. Ich möchte kurz anmerken, P3 gerade wie wir im selben Pit-Fenster. Das bedeutet, wir sind auf dem selben Pit-Strategorhythmus aktuell. Äh, 50 Sekunden. 55, Entschuldigung. 40. 30. 20. 15. 10. Jo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Go, go, go. Remo? Äh, ja. Warum erkennt er gerade meinen Knopf nicht? Was soll denn jetzt der Scheiß? Hallo? Ey, das gibt es doch gerade nicht. Kannst du es einlassen übers zu schwarze Menü? Ich kenne gerade meinen Lenker nicht. Ey, willst du mich gerade joken? Es gibt es an- und abstecken, Kabel. Ja, ich habe schon, ich habe gerade schon ein- und ausgemacht. Ich packe gerade kurz Kabel ran. Ach, das gibt es doch jetzt nicht. Du willst mich doch gerade verarschen, weil das Problem ist. Ich habe dann auch, ja. Es tut mir gerade hart. Call light. Kriegst du es hin oder müssen wir? Ne, er kennt nichts. Ich kann rücken, es passiert nichts. Ich habe einen ausgeschalten, es passiert nichts. Das gibt es doch jetzt nicht. Ne, er kennt keine Knöpfe. Ich muss vom Server runter. Ich muss ACC schließen. Okay, dann müssen wir alle raus. Alle raus. Alle raus. Und Remo als erstes rein. Ja, aber Ray ist ja noch auf dem Server. Der muss auch raus. Du, für Ray an. Hast du die Wheelbase mal neu gestartet? Ja, ich habe jetzt alles gerade neu gestartet. Er hat nichts erkannt. Ich muss dann ACC wohl neu starten, sonst erkennt er keine Knöpfe. Kannst du auch nicht in den Options irgendwas machen? Ne, er erkennt keinen Input. Selbst mit Kabel, gar nichts. Und ich verstehe auch gerade gar nicht, warum er das irgendwie... Ich habe nichts ausgesteckt. Es ist einfach so geblieben. Ich habe nichts geändert. Oh mein Gott. Kannst du einen lenken und sowas? Oder auch nicht? Ja, lenken ja. Aber ich kann halt keine Knöpfe drücken. Und Knöpfe ist halt auch schalten und alles mögliche. Lenken, das hat er irgendwie erkannt. Auch Gas und Bremse. Oh. Keinen einzigen Scheißknopf. Warum auch immer. Ja, Ray ist gerade... Ich reiche nicht. Ich reiche Ray nicht. Ich rede nicht ins Handy gerade. Ich versuche es gleich nochmal. Fuck. Logisch, dass das jetzt passieren musste. Ne, das bringt ihm nichts, Core Fighter, weil er dann auch nicht schalten kann. Er kann keine Tasten von seinem Lenkrad benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wo Ray steckt. Ich habe ihn jetzt gerade angerufen für Sekunden und es ging direkt in die Mailbox dran. Ich weiß nicht, ob er mich abgewiesen hat oder... Jo. Denn würde ich sagen, sind wir... Raus. ...gefickt. Ich kann euch durch eure Handys nicht irgendwo anders liegen lassen. Ach, wir haben jetzt keine Möglichkeit. Wenn Ray jetzt das Disconnecten blockt, sind wir am Arsch. Jo. Wir stehen einfach nur hier und sind gefickt. Kann das Server einen Fahrer kicken? Keiner. Warte mal, ich frage in der Rekord. Hast du Remo in den Optionen mal auf diesen Refresh-Knopf gedrückt? Bestimmt, oder? Hm. Ich habe... Also inzwischen funktioniert es doch wieder. Ich habe auch zu 10 neu gestartet. Was, du hast schon neu gestartet? Ja. Jetzt funktioniert es, oder was? Ja. Okay. Ich verstehe nicht, warum es gerade vorher nicht funktioniert hat. Ich habe nichts geändert. Ja, dann guck mal, ob du das Auto wiederhörst, wenn du da raufkommst. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt theoretisch georne, kann es sein, dass die Dings... ...halt, Ficker, die... ...entralist. Fahr einfach. Geh, komm rauf. Ich versuch's. Wir haben eh schon eine Menge verloren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist egal, Remo. Komm ins Auto. Nee, es ist beschissen. Komm ins Auto. Jo. Joine mal. Ich hoffe, ich bin auch auf dem Auto. Ja, solange Ray nicht da ist, können wir nicht vom Server runter, weil wenn die uns jetzt kicken, sind wir raus vor dem Rennen. Ja, Remo kann das Auto auch nicht übernehmen. Nee, ich bin als neues Auto gejoint. Entralist ist bei mir im Arsch. Ja, wir sind raus. Also, die Frage ist halt, okay, ähm, ja, wir sind jetzt eh eigentlich raus, weil bis Ray da ist, Ray ist unbedingt, dann können wir abstellen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt warten, bis irgendwann einer da ist. Ja, weil wir niemals aufgeben. Ja, oder so, dann warten wir uns. Aber die Angelist ist oder so gefickt. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal alle runter und dann gehen wir nacheinander wieder runter. Ja, wir können ja, bringt ja nichts, weil das Auto ist ja eh, steht eh noch da. Weil Ray ja da ist. Wir müssen da. Ich sehe auf dem Server-Kin, ich sehe kein Auto mehr von uns. Ich sehe nur das Neue. Und das ist nicht unseres. Ich bin auf meinem noch drauf. Nee. Dann darfst du halt einfach jetzt du nicht mehr, so dumm das jetzt klingt. Also, keine Ahnung, es hilft dir, es hilft, es hilft jetzt nichts. Also, in der Hinsicht, Remo, du kannst halt jetzt schlafen gehen. Ja. Wir können nicht, wir devs, wir können nicht runter, weil ein Fahrer am Schlafen ist. Und der geht nicht ans Telefon. Ja, der Ray, Mann. Geh doch ans Handy. Ah, fuck auf, Mann. Ja, 20, 21. Wer hat sein Handy nicht da, wenn man einen Endurance-Rennen fährt, Mann? Das ist unglaublich. Ja, es hilft nichts. verdammte scheiße geht nicht ran ich habe mir jetzt noch geschrieben aber es hat jetzt leute jeder von uns bleibt immer auf dem server wenn er pennen geht es geht einfach schlicht und ergreifend um die erreichbarkeit kann jeder auf dem server bleiben es ist ja egal muss erreichbar sein wenn etwas passiert und das ist das zeit das problem schade wenn ich ja echt komisch war mir nur vor in drei runden gefahren das drehen oder das ist dann bei dir streikt das ich habe mein telefon dabei ich würde kurz mal aufstehen wollen ja du kannst ja ich bin trotzdem da in den vier minuten wird er nicht da sein wenn er der pentia noch weiß vielleicht auch den glas auch noch aus versehen auch welcher platz waren aussicht naja also wir waren vierter werden jetzt unsere unsere eine stärkere fahrkombi als jetzt gehabt das bedeutet ich sage mal p3 wäre möglich gewesen ja das ist ja das ist halt ja es ist halt wie gesagt es wäre bei weitem nicht so schlimm es ist halt jetzt einfach nur schade dass wir einfach droppen weil einfach jemand nicht erreichbar ist und ehrlich gesagt hasse ich das ich hasse sowas ja es ist halt jetzt leider alles hops ja kaiser keine ahnung wie sich hat wird sich hat auch arschig fühlen aber es hilft halt einfach nichts es ist seit kacke wenn man halt nicht erreichbar ist es ist seit 24 es ist halt genau für solche fälle muss man halt erreichbar sein jeder naja es ist halt es ist wortet ist wir kann es halt auch nicht ändern das hat auch nichts mit blaming zu tun es ist einfach halt so so sind die tatsachen halt einfach eigentlich ist er niklas schuld weil er zu seinem stint nicht erschienen ist kapper ja Es wäre ja übelst kein Jux, ne? Also wir wären ja trotzdem, würden jetzt nicht die Plebs ans Handy gehen, wären wir ja noch PC'en, aber das ist halt schon, ja. Sind wir schon P18, sind wir schon zu weit down? Schade. Oh, fuck, my life. Oma, er schläft halt einfach. Es, es, äh, er schläft halt einfach. Wenn man nicht erreichbar ist, dann ist es halt echt schwierig. Wissen Sie, ist es halt einfach scheiße. Weiß jeder, ja, keine Ahnung. Leute, es juckt keine Sau, wenn ein Stream nicht alles so darliefert, wie es jetzt bisher bei uns war, sonst juckt es ja keine Sau. Das ist ja sonst uninteressant und das ist ja alles auch überhaupt kein Problem, würde man erreichbar sein. Ich bin auch nicht gefrustet, ich bin nur enttäuscht. Ja, wenn es in einem Punkt scheitert, dann ist es ja... Ja, wenn es in einem Punkt scheitert, dann ist es... Ja, Ero, genau so. Ist auch so. Alles andere ist schmarrn. Alter, Sandra. Halt da einfach ein Sappeln jetzt. Ähm. Chat, reißt euch zusammen jetzt. Halt da einfach. So.. False. ians. Versuchst du noch anzurufen? Müsst du es mal probieren? Ich habe die Nummer nicht. Ja, dort Gruppe. Aber ja. Bin da glaube ich nicht mehr. Doch. Du bist ja mit Discord und... Ja, ja. Warte. Ist ja geil. Ist okay. Warte. Ich habe das Gefühl, da hat Sandy nicht im selben Raum. Der Anruf wird umgeleitet. Ich rufe über WhatsApp. Ray telefoniert gerade über WhatsApp. Bitte was? Ja, ich rufe da an. Achso. 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 Ich habe aber das Gefühl, da hat Sandy in seinem PC-Raum und nicht über sein Bett. Oder so. 10. Ewel, wenn das Auto an den anderen Fahrer übergeben wird und dieser nicht fahren kann, bist du schlicht und erreifend am Arsch, weil du nicht in der Box wie in iRacing oder so das Auto nur her switchen kannst. Das ist leider ein Problem, was ACC hat. Das leider durch genau solche Möglichkeiten wir keine andere Wahl haben, als komplett von Server zu connecten. und wenn halt einer der Leute fehlt, naja, sind wir halt jetzt in dieser Situation, in der wir uns aktuell befinden. 10 Minuten, danke dir für dein, für dein Follow. Es ist meine Schuld. Ich habe die Verantwortung, dass meine Technik läuft und... Man, jetzt hört auf mit dem Scheiß hier. Emo, du kannst es ja eigentlich wissen. Ganz ehrlich. Und selbst, dass ich nicht das... Emo, ja, aber technische, technische Probleme passieren... Schaukelt die Scheiße doch nicht hoch. Ja, ja. Es ist fucking Sonntag, entspannt euch. Beide. Ich bin getchillt. Mir geht's gut. Genau, Raptor. Nein, Drifti. Das Auto verschwindet nicht. Wir müssen ja das Auto komplett resetten. Solange das Auto nicht komplett vom Server runter ist, was durch Raze vorhanden sein auf dem Server nicht möglich ist. Und deswegen. Nein, und kein Swap-Profil funktioniert in der Rennsession. Das ist disabled. Es ist leider auch nicht. Es ist, wie gesagt, it is what it is. So wie das jetzt ist, wir haben nur die Möglichkeit, auf Raze zu warten. Alles andere ist... Born. Nein, ich habe ja nach Reko nachgefragt. Die können leider auch keine Leute kicken. Weil dieser Kick würde dann in einer ähnlichartigen DSQ enden, wodurch wir dann auch nicht mehr aus der Box fahren könnten. Also es ist einfach nichts machbar. Wir müssen warten darauf, dass Ray kommt. Warum... Es wäre ja komplett wie Pegat, dann da anzuschnauzen. Lass das Thema doch einfach sein. Lass es. Lass es. Ray wäre geplant im Stintplan eigentlich gar nicht. Also der... Keine Ahnung. War halt offen, ob man noch fährt, weil seine Stints ist er ja gefahren. War halt offen, ob man noch fährt, weil seine Stints ist er ja gefahren. Ja. Emo? Ja? Also, wie gesagt, du könntest halt jetzt wirklich schlafen gehen. Also, mit dem bringt es halt nichts. Nee, ich hau jetzt nicht ab. Ja. Ich lasse jetzt nicht im Stich, wenn... Du lässt uns nicht im Stich, Junge. Du bist jetzt einen Nachtstint gefahren. In der Situation kannst du nichts ändern. Du kannst ja nicht mehr auf den Server connecten. Also, so scheiße ist das... Ja, bevor keine Lösung herrscht, will ich nicht gehen. Das kann halt bis Mittag dauern, ne? Ja. Dann bin ich bis Mittag wach. Das ist okay. Mein, Ray, sag mal, falls du das hörst, kannst du bitte aufstehen und vom Server disconnecten. Wir haben gerade Schwierigkeiten. Wir warten auf dich. Du blockierst quasi das Auto. Das wäre super nett von dir. Ja, gut. Ja, gut. Das wäre super nett von dir. Wann hast du deinen Frühstücksstream? Wann auch immer ich möchte. Oh, die Katze ist alles süß bei dir. Sind gerade P2 und 3 auf dasselben Lab? Mhm. Ne, zwei Laps down. Jetzt hätten wir jetzt fast einen P2-3-Kampf nochmal hier. Nach dir, Gumm's down. Ja, Gumm's down. Nee, das geht nicht. Es gibt keine Lösung im Chat. Ray muss da sein. Und ich würde das auch sehr begrüßen, wenn wir das jetzt nicht tot diskutieren. Bringt halt einfach nichts. Wir müssen warten, bis Ray da ist. Ich kann sich jetzt zwischen 10 Minuten, eine halbe Stunde oder bis morgen. Das ist ja schon morgen. Naja, also. Bis vom Ende zum Rennen könnte es sein, dass wenn der Bock steht, ja. Bis zum Rennen könnte es sein, wenn der Bock steht. Bis zum Rennen könnte es sein, wenn der Bock steht. Okay. Simmer C auf P1 fährt 55 niedrig aktuell. Lupo. Wir sind in derselben Lab wie P2, by the way. Sieht so aus, die haben auch ihre Doppelstand schon abgeleistet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Freder, Dankeschön für zehn Satzmager. Vielen Dank. Was? Käsebrot mit Nutella? Wer macht denn das? Das ist ja ein Wutunfall. Klingt kriminell, ja. Das klingt echt kriminell. Das klingt kriminell. Ach, die Raptor schlau, schön. Das klingt es ja, nicht kriminell. Das klingt kriminell. Und das kriminell. Das klingt kriminell. Das klingt kriminell. Es lief zu gut Remo, die Nacht lief einfach zu gut Also Zeichen Naja, die Nacht in Suzuka lief ja auch sehr gut Sind wir trotzdem auf 3 gelandet Das kann jetzt halt echt ewig dauern bis er aufsteht Kann bis zum Rechnen dauern gefühlt Ja 8 Stunden vor dem Rechner sitzen Also ich sag mal so, vielleicht eine halbe Stunde würde ich vielleicht noch warten Aber ansonsten gehen wir raus Ich weiß halt nicht Also wir sind ja eh eigentlich am Arsch Also, keine Ahnung Ich kriege mich dann nach euch Ganz hinten sind wir noch nicht Ja, aber ist jetzt auch nicht mehr weit Ich bin gerne noch eine halbe Stunde Aber ich hätte es auch ehrlich gesagt wenig Bock da die ganze Zeit dann rumzusitzen und zu warten, ob Ray irgendwann erscheint Die Frage an Winko Sitzt du gerade auf dem Scheißhaus? Nee, ich lieg auf meinem Bett Ich hatte keinen Bock bin ich in meinem Bürostuhl die ganze Zeit rein zu flacken Deswegen habe ich hier, ob es in meinem Kopfhör war, ist sehr lang genug von dem Kabel Natürlich Ich bin ja auch Fans So schön sexy Pose So, weißt du Beigespreikst Ich muss aber nicht so schnell weil die Nutz aber zünden hier Bewerste? Bitte, nicht so schnell Und einfach nur Ich bin ja auch Ich bin ja auch Ich bin ja auch Oh, Jet, dann machen wir gleich in Ruhe Frühstücksstream, würde ich sagen. Wann ist Rai schlafen gegangen? 2 Uhr. 2. Also wenn er sich es wirklich gönnt, dann... Boah. Definitiv. Definitiv. Also, ich mein, rein realistisch gesehen, Chat, können wir jetzt Never Surrender, Never Give Up spielen, aber 3 Mann für... Wann wir mal 2 Stunden sitzen lassen, das ist halt auch ein bisschen kacki. Ja, wir geben ja auch nicht auf, es ist einfach, aus der Situation, wie es jetzt ist, kommen wir nicht raus, das ist halt ein Fakt. Wir würden gerne alle lieben, gerne fahren, wir können es nicht und die Situation ist halt so, wie sie ist. Das hat ja nichts mit Aufgeben zu tun, wir stehen ja, wir fahren ja nicht und stehen das Auto ab, sondern wir sind einfach technisches K.O. Wir haben heute einen technischen Motorschaden einfach, Punkt. Ist ja blöd gelaufen, gibt es anderen Teams, die auch auf Pro-Ebene auf SimGrid fahren, denen genau dasselbe passiert. Und, ähm, heute hat es uns erwischt. Und, ähm, heute hat es uns erwischt. Ja, ja, Rux, es gab gestern ja die Unicorns of Love, die waren auf P1 und, äh, hatten 2 Disconnects und haben DNF-Casts dann kassiert in den 12 Stunden drin. Das ist zum Beispiel mega belastend. Wir können ja mal die Vorhersage, äh, auflösen. Oh Gott, Chat, ich hab so die nächsten Tage überhaupt gar keinen Bock auf die Frage, was ist denn eigentlich passiert? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr da drauf. Disi, was war da los? Jetzt schon gar keine Lust mehr da drauf, Chat. Gleich mal Befehl fertig machen. Ja, genau das machen wir, Pistler. Ja, ich glaub, das wär wirklich was. Oh, ich hab keine Lust darüber zu reden. Hab ich nicht. Jetzt kommt ihr, jetzt könnt ihr sie aus, bis sie gegen uns gewertet haben. Ihr Schweine kapituliert von unserem Leid, möchte ich nur kurz sagen. Ja, VOD gucken auf Twitch, das ist die beste Möglichkeit, bitte sie aktuell definitiv. Eho, auf dem YouTube-Kanal. Aber Nils, warum sind denn die VODs aus? Eine dumme Frage auf der andere dran. Also, ich bin ganz ehrlich, ne? Ja. Also nächste Woche machen wir auf jeden Fall eine sehr lange Nachbesprechung. Hm. Eine sehr lange. Eine sehr lange... Nee, ohne Meckern und ohne alles, aber mal so ein paar Ground Rules, glaube ich, wird Zeit, dass wir die festlegen. Also, weil es kann halt nicht sein, dass Menschen ihre komplette Nacht einfach sinnlos verballern. Ja. Ja, blöd ist das Zeit schon, das stimmt schon. Passiert. Ja. Ja, Blackpack, die bei Kunos haben das einfach noch nicht geupdatet. Ich weiß nicht, ob da jemals noch eine gescheitere Lösung kommt. Das ist halt das aktuelle Problem in der Sette Corsa-Kompetition. Ich weiß nicht, wann er einen kurzen Disconnect hatte, mir ist nichts aufgefallen. Strom hat er auch genug. Hast du dich warm gefahren gehabt? Also, Reifen nicht aus? Achso. Das war jetzt das einzige Mal, dass ich mich nicht warm gefahren habe. Ich habe lediglich die Drücke genommen, die ich vorher gefahren bin. Und einfach zurückgerechnet. Wenn ich mich warm gefahren, wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Ja. Dann hätte ich kurz als Zehner starten können, aber wäre das kein Problem gewesen. Ja, ist auch ein Fehler. Eben, wie gesagt, ich habe... Für mich ist es wie eine Lehre, das ist mir nämlich vor über einem Jahr bei einem Dings mal passiert. Bei einem Charity-Event war auch Jensen Button damals mit vor. Da gingen meine Pedale auf einmal nicht. Und seitdem habe ich eigentlich immer geguckt, dass ich entweder was einfahren oder einfach wirklich noch kurz in die Controls gehen, gucken, ob die Inputs passen. Ob die da sind. Ja, und das habe ich halt nach langer Zeit mal wieder nicht gemacht. Und genau dann... Immer diese scheiß Alien-Hardware. Weiß ich immer, mein G29 kann gar kein Disconnect haben, Alter. Das läuft doch mit Uran-Technik, Alter. Also, ich bin die Eulie, Winko. Die Alien-Technik lässt sich vielleicht in so einem Moment im Stich, aber wenn du startest kurz alles neu, dann funktioniert es wieder bei Fun-Attack, dann sieht es anders aus. Oder es war eine Scheiß-Show. Hashtag NoRate and Fun. Ja, das ist ein... Das ist ein... Okay, Alter. aber Hi sehr Dankeschön für 10 Saubsbogger. Ah. Ja, Boys. weil der vier würde ich sagen ja also ich werde es nicht informieren der kann uns das auto raus kicken dass er sich in der box rumsteht und wir das rennen uns aus dem rennen zurückziehen werden drehen muss alles gut kann passieren nicht schlimm ja trotzdem ich muss es auch momentan also wie gesagt ich muss es so verarbeiten dass die emotionen die den frust gerade einfach so zu lassen weil dann kann ich damit am besten auf zukünftig wieder umgehen also ich bin dir überhaupt nicht du ich werde zukünftig einfach wieder halt genauso wie es eigentlich immer gemacht habe regelmäßig meinen import kontrollieren bevor ich fahre passiert das nicht natürlich bitte dass es genau dann wenn ich es mal nicht kontrolliere passiert aber eine schöne nacht hat wieder spaß gemacht na dann alter 4 gut race viel glück an all die anderen bis zum nächsten mal